Hallo Nelsi! Hi, hi, hi! Was geht? So, wie war das? B-Select hoch. Hoho! Nein! Scheiß Spiel! B-Select! Hallo, man sieht mich hier. Uhuhuhuhu! So, B-Select. Hoch, runter. B-Select runter, lass mich. Okay. Yes. Quantität statt Qualität. Was meinst du? Ja. Okay. Was ist die, was, was? Quantität statt Qualität? Na, dein Bildschirm. Achso. Lieber zwei Bildschirme als zwei schöne. Als einen schönen. Wir müssen, wir müssen, wir müssen das so machen. Hallo, Josh. Hallo, Danu. Ich muss sagen, dein Alert nervt doch nicht so, wie ich gedacht hätte. Was machst du? Ich spiele Diamant und Perle gleichzeitig jeweils, um ein Shiny-Manaffi zu bekommen. Die wohl schwerste, komplizierteste und berüchtigste Hand, die da wohl existiert. Hallo, Azrael. Hallo, Azrael. Hallo, Hikaru. Hallo, Olopoto. Hallo, Patrico. Hi. Ozan, Dankeschön, dass du einen, was? Einen Sub geschenkt hast. Warum wird mir das hier nicht angezeigt? Ich bin jetzt schon wieder los. Fockin' hell. Raid Shadow Legends. Äh. Warum wird mir das hier nicht angezeigt? Dankeschön, dass du uns Sub geschenkt hast. Hallo, Angel. Hallo, Mariko. Hallo, Hallo, Regirock. So, Leute, ich muss hier gescheit drücken, ey. Wenn du Hilfe brauchst, dann sag mir Bescheid. Nein, um Gottes Willen, gib mir eher keine Hilfe. So, wo ist der Schärfewinkel? Der Fokus-Point. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Okay. Und jetzt können wir Spammen. Hallo, Sarah. Hallo, Candyman. Hallo, Flovas. Hallo, Husky. Hallo, Itachi. Wie geht's? Mariko, du bist die richtige Gen. Du bist ein Weberack. Weberack. Weber, Weber, Weberack. Weberack und Black Devil Bee. Du bist ein Mauzi. Mensch, heute sind wir aber musikalisch unterwegs. Mauzi. Weberack. Was haben wir noch? Dave. Hallo. Mit einem Kadabra. Wie heiße ich? Ich weiß es nicht. L. E. Oh. Oh. Okay. Now we spam. Hallo, Kleinstadtplatz. Kleinstadtspatz. Jemini. Däumelis für Manafi. Dankeschön. Majora's Mask. Ey. Majora's Mask. Bestes Spiel der Welt. Da kann kein Pokémon-Spiel mithalten. Olopoto. Du bist ein, ähm. Heißt du nochmal? Duraludon. 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 Husky. Du bist ein Apoqualyb. Apoqualyb. Hallo, Erster. Demon King. Dankeschön. Ich denke immer, es kommt kein Zettel für dich, aber deine Zettel sind so klein. Dankeschön für 5 Subs. Ich könnte ja versuchen, CSS besser einzustellen, sodass Namen nicht den Zettel breiter machen, sondern die Schrift kleiner. Aber ich weiß nicht wie. Du bist der Einzige, bei dem das passiert. Demon King, vielen Dank für 5 Subs. Danke, danke, danke. Bin Urigella höchstpersönlich. Ey, Urigella hat Pokémon verziehen und hat sich entschuldigt, dass er so eine Bitch war. Dass er so eine Bitch war, eine Zicke war. So, das ist Kadabra. Die verarschen mich. Mi, 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 mi. Ich bin doch ein ernstzunehmender Magier. Und meine Magie ist gar keine Illusion, sondern tatsächliche Magie. Ich bin besser. Und dann hat Pokémon all die Kadabras gebannt. Heute nur mal Naffi-Hand. Ja, ich meine, es kann immer sein, dass ich irgendwann die Kretze kriege und sage, stop it. Und dann machen wir Gen 5. Das goldene Kappa. Warum habe ich... Achso, dieses goldene Kappa da oben. Was heißt das? Warum ist es da oben golden? Was heißt das? Was heißt das? Goldener Kappa-Zug. Was ist das? Ich kenne den goldenen Kappa. Einmal am Tag, alle 24 Stunden, hat eine Person auf Twitch... Ein Chatter auf Twitch hat alle vier... Pfff. Können wir mal chillen. Eine Person auf Twitch hat einen goldenen Kappa. Alle 24 Stunden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das bekommt, ist halt ultra gering bei, weiß ich nicht, 5 Millionen Nutzern am Tag. Aber was ist denn ein goldener Kappa-Zug? Das habe ich noch nie gesehen. Warum fragst du dann, was es ist? Weil ich noch nie einen goldenen Kappa-Zug gesehen habe. Ich kenne goldenen Kappa, aber was ist denn ein goldener Kappa-Zug? Heißt das, dass wir der einzige Stream heute sind, die einen goldenen Kappa-Zug haben? Also quasi ist das das gleiche wie das Kappa-Emot, nur auf einen Zug bezogen? Und was kriegen wir dafür? Kriegen wir irgendwas dafür? Ersthaft, es heißt goldener Kappa-Zug, dass nur wir in 24 Stunden können den haben. 24 das goldene K-Emot. Geil, und wir haben es gebannt. Happens, entbannen mal bitte den Kappa, das Kappa-Emot. Haben wir jetzt alle goldene Kappas? Wir haben den 24 Stunden lang. Dieser Kanal hat 24 Stunden lang goldene Kappas. Wenn der Hype-Chain vorbei ist. Crazy. Crazy. Lass erst nach dem Zug warten, ob wir das alle haben. Aber du kannst doch jetzt schon den Kappa entbannen. Ey, da schafft es Twitch doch tatsächlich, dass ich den Kappa-Emot entbanne. Ich mach' einen Screenshot, ja. Goldener Scam-Train. Und ihr fahrt alle auf den Scam rein. Alter, stopp. Was bedeutet es? Könnt ihr Kappa machen? Macht mal Kappa. Das muss das... Also so ein Glück, das ist jetzt die Frage. Heißt das, wir haben jetzt auch Glück bei Manafi? Oder heißt das, das ist jetzt das Glück von unserem heutigen Tag und jetzt haben wir kein Glück mehr? Okay, die Kappas sind normal. Okay, okay, okay. Das heißt, jeder der mitmacht, kriegt danach für 24 Stunden einen goldenen Kappa. Okay, ich verstehe, ich verstehe. So, ihr Verrückten. Was macht ihr da? Ähm, Azrael. Vielen Dank für 10 Subs. Itaco, Dankeschön für 90 Bits. Danu, Dankeschön für 200 Bits. Itaco, Dankeschön für 1,1 Tausend Bits. Sarah, Dankeschön für 2 Gift Subs. MKP, Erster, der Erste von allen. Dankeschön für 40 Bits. Danu, Dankeschön für 400 Bits und dass du mich geblendet hast. Hallo Snox, Dankeschön für 5 Subs. Ihr seid doch verrückt. Ihr fallt alle rein auf Twitch. Twitch will euch doch nur... Ihr seid die Schafe. Twitch will doch, dass ihr das macht. Warum fallt ihr darauf rein? Also ich hab nichts dagegen, aber... Mariko, Dankeschön für 2 Subs. Strubel, Dankeschön für 10 Bits. Erster, Dankeschön für 100 Bits. Demon King, nochmal danke für 5 Subs. Und ich bin... Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Musik Maa, ich bin gummode. miscon muss bineg долго started. Ich bin 긴장 quantum lasst, direkt dasí und schoge immer weiter nachschauen. So jetzt muss ich wieder Analysis sein. Immer, Berkeley ver块 day, Ich lasse mich MIT scannen? Was? Lass mich mit scannen. Achso, MIT, ja. Dave, danke schön für 1000 Bits. Danke schön fürs Muten. Olopoto, danke schön für 4 Gift-Subs. Sintia, danke schön für 7. Ne, 7 Monate. Ne, Olopoto, danke schön für 4 Monate. So. Sintia, danke schön für 7 Monate. Snox, noch mal 5 Gift-Subs? Was tut ihr? Wieso? Warum? Äh, Lödi. Lödi, danke schön für 2x Prime. Shut up. Dankeschön, Lödi, für 2 Monate Prime. Danke, Danu, für 1000 Bits. Welches Level haben wir erreicht? Und der Kappa-Train ist nicht mehr golden. Jetzt steht da Rekord, irgendwas. Der Rekord über, der Rekord über, über, überschreibt den goldenen Kappa. Jetzt kriegen wir keinen goldenen Papa. Papa, oh Mann. Und Josh, willst du die Frage noch 1000 Mal stellen? Ich beantworte die, wenn ich vielleicht Zeit habe, die Frage zu beantworten. Ich muss erst mal diese Zettel hier gleich. Gebt euch, das seht ihr gar nicht. Eigentlich bin ich da gewesen, aber doch wieder erkannt. Strobel, hallo. Was, nein, dann nicht besser. Ich weiß, da steht nur, du bist dabei, deinen Rekord zu brechen. Ich weiß noch, dass unser Rekord mal 1000% war. Aber das System hat sich geändert, deswegen weiß ich nicht mehr, was jetzt mit dem neuen System unser System ist. Hallo, stopp. Mensch, ihr seid, ihr fallt doch alle drauf rein. Ihr lasst euch scammen. Oh, Tag Speed auf 2. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir werden heute zum ersten Mal es schaffen, den Tag Speed instant richtig einzustellen. Genau, bis jetzt, also inzwischen steigen die Prozent nicht mehr nach 5 Level 5 unendlich, weil da hatte ich mal 1000%. Inzwischen ist es so, dass die Level unendlich steigen. Und ich glaube, Pirate Software hat Pirate Software hat mal Level 100 geschafft und das ist der Rekord auf Twitch. Level 100 ist anscheinend Rekord. Mann, dauert es lange, das Spiel hier zu spielen, am Anfang. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben den Struvel mit 38 Monaten. Oh, damn. So lange. Wir haben Eva mit 5 geschenkten Subs. Ich zeige euch alle gleich die Zettel, wenn wir hier einmal durchgespielt haben. J-Gamer mit 10 Subs. Ach, da ist der Rekord. Ach, krass. Ey, die gamifizieren das so krass, oder? Jetzt sieht man da so eine Line. Jetzt sieht man da so eine Line, wo der Rekord ist und den man überschreiten soll. Ey, Twitch, ihr seid solche Scammer. Dieses... Gebt euch wie lang? Dieser Zettel ist schon... Äh, ich... Ich glaube, ich... Nein, kein... Ich meine, ich kann dem auch einen Spitznamen geben, ist eigentlich egal. Vielen Dank. Wer war die Sau? J-Gamer, Dankeschön für 10 Subs. Vielen Dank. Dano, Dankeschön für 500 Bits. Struvel, Dankeschön für 85 Bits. Mariko, Dankeschön für 1000 Bits. Danke fürs Muten. Whitney, Dankeschön für 100 Bits. Und Sarah, Dankeschön für 2 Sub-Gifts. Das ist länger, als wenn Happens Red Bull kaufen geht beim Rewe. Ich kann euch sagen, der Zettel ist auch sehr lang. Äh, so. Puh. So. Also, wenn wir jetzt keinen goldenen Kapper kriegen, was ist die Wahrscheinlichkeit? Ich bin Shiny-Hunter. Ich will die Wahrscheinlichkeit wissen, dass man einen shiny Kapper... Ne, einen goldenen Kapper-Train bekommt. Was sind die Odds dafür? Und können wir es beschleunigen, indem wir 4 Streams gleichzeitig anmachen? Zettelwirtschaft, ne? Ja. Ja. 1 zu 4000, glaubst du? Wir müssen wir heute Kapper schon da lassen. Wenn man schon den goldenen Kapper hat. Danu, Rekord gebrochen! Zum Buxer, Dankeschön für 100 Bits. Und Danu, Dankeschön für 5 Subs. Echt, den Kapper kann man dann überall machen. Das heißt, ihr könnt rumgehen und sagen, hihihi, guck mal, ich hab den goldenen Kapper, aber dann sagt ihr gefälligst auch, dass ihr den bei mir gekriegt habt, ja? Das dürft ihr ja nicht vergessen. Macht Werbung. Dankeschön für den goldenen Kapper-Zug und wir haben den Rekord gebrochen. Level 6? Dafür, dass ich mal Level 5 1000% hatte, ich weiß nicht, vielleicht hab ich die Schwierigkeit erhöht, aber der goldene, also der, vielleicht ist der Kapper-Train auch anders. Vielleicht sind dann die, keine Ahnung. Egal, ist ein Scam, ihr seid drauf reingefallen, herzlich willkommen. Tony, kriegen wir heute das Manafi? Ich weiß, dass wir es heute kriegen. Ich mein, das ist ja nicht so schwer. Ich muss mich nur einmal kurz anstrengen. Ähm, soll ich jetzt die ganzen Zettel nochmal zeigen? Wie spielt man das Spiel jetzt? Ich muss jetzt hier die ganze Zeit hier gucken. Ich wünsche, ich könnte die Kamera auf den DS draufkleben, sodass ich den quasi in die Hand nehmen kann. Das Schweizer Sparschwein wurde mal wieder geplündert. Ich muss die ganze Zeit runter schauen, damit ich nicht verklicke. Da ist er! Oh mein Gott, goldene Kappas. Das heißt, jeder, der jetzt mitgemacht hat, hat einen goldenen Kapper für 24 Stunden und die könnt ihr auch benutzen in anderen Chats. Und steht da irgendwie dabei, verdient by Leos Mind? Nein. Okay, herzlichen Glückwunsch. Da ist euer, euer, eure Belohnung. Moment, der Schärfepunkt ist hier. Das ist blöd. Ich muss kurz den Schärfepunkt ändern. Den Focus Point, wie sagt man das auf Deutsch? Focus. Okay. Wow, ist der Chat golden. Chat heute richtig hübsch. Schauen, deswegen darf das, muss das nach 24 Stunden wieder weg sein, weil, muss ja was Besonderes sein. So goldig. Mit dem goldenen kommt heute sicher auch mein Shiny Ho-Oh. Ja. Aber dieser Kanal hat heute das Glück aufgebraucht. Wir kriegen heute dann vielleicht doch kein Shiny Manafi, wenn wir jetzt schon den goldenen Kappatrain bekommen haben, zu einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4096. Darf ich jetzt meinen Spirit wissen? Lass kurz diesen Zettel durchgehen. Aber gibt es irgendeinen Moment, wo ich das machen kann? Ich gehe den durch, während ich tausche, okay? Oder warst du die erste Person? Nein, du warst nicht die erste Person. Da ist kein Husky. Ich sehe kein Husky. Ich glaube, ich habe deinen Zettel schon gezeigt gehabt. Da ist kein Husky. Also nicht am Anfang zumindest. Mensch Husky, ich habe sie doch gezeigt, Mensch. Direkt habe ich sie gezeigt. Hier, du warst doch ein, 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 du warst ein Apoqualyb, Mensch. Ist nicht aufgepasst. Hast jetzt gewartet die ganze Zeit. Heute schaffe ich den Kampfsaal im Platin dank dem goldenen Train. Yes. Vielleicht bekomme ich dann ja heute endlich mal ein Shiny aus dem Dünnerabenteuer. Ja. Goldener Kappa. Ich meine, Kappa heißt ja nicht Ironie oder sowas, sondern es heißt, ihr bekommt das Shiny. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Shiny-Chat gefangen. Hallo Maori, Maori Kappa. Schaut mal Maori an. Der Pleb. Hat gar kein goldenes Kappa. Da darf er endlich wieder Kappa benutzen und dann hat er nicht mal ein goldenes. Warum habe ich kein goldenes? Anscheinend, ich kannte das vorher auch nicht, anscheinend musst du beim Hype-Train mitmachen, damit du dann das goldene Kappa benutzen kannst für 24 Stunden. Muss man das einstellen? Nee. Das wäre cool, wenn alle Kappas golden wären. Auch der Bob-Ross-Kappa. Wenn du dir eine Kamera-Haltung kaufst, die flexibel einstellen kannst und so mit zwei Beinen am Bildschirmrand befestigen und das dritte auf dem Tisch. Das ändert ja nichts. Oder? Ich wähle blind den Ball aus. Das hat geklappt. Hey, okay. Nur weil man ihn triggert, ist man nicht dabei. Wenn du den Hype-Train triggerst, kriegst du nicht die Belohnung. Nee, das ist eigentlich voll gemein, ja. Eigentlich sollten die, die den Hype-Train triggern, automatisch auch dabei sein. Das ist voll unfair. Ist das echt so, dass wenn du ihn triggerst, bist du nicht automatisch dabei? Einfach schämt? Also ich weiß es nicht, vielleicht ist man doch dabei. Weil wenn Hype-Train startet, steht der ja nicht 0%, oder? Da steht ja dann schon die Prozente von den Subs, die den ausgelöst haben. Das heißt, man sollte dabei sein. Glaube ich. Oder startet der bei 0%? Egal, ist doch eher alles Gamification. Lass mal kurz. Gucken. Und by the way, das sind nur Zettel über 10 Euro. Also, da sind noch nicht mal die Kleinen dabei. Das ist voll krass, ey. Und es sind nicht viele Spirits. Ich check die gleich. Lass mich erst fünf noch fangen, weil dann kommt der Tauschbildschirm und der Tauschbildschirm ist immer, muss ich nix machen. Wurde das Daily Sub-Call gebrochen? 64? 70? Okay, das heißt, am Ende des Streams bin ich jetzt schon am drei Shinies verschenken. So sieht das in einer Pizzeria mit den Bestellbonds auch immer aus. Ja. Nur Pizzen sind günstiger. Ich hatte ihn mal getriggert und hatte nichts bekommen. Das ist gemein. Für die Leute, die Crystall gespielt haben, wie lange brauche ich circa, bis ich bei Celebi bin? Ja, du musst das Spiel durchspielen. Wie schnell kann man Crystall durchspielen? Wie jedes andere Pokémon-Spiel, wenn du schnell bist, wahrscheinlich acht Stunden. Wenn du normal spielst, weil du es noch nie gespielt hast, 15 Stunden. Aber so wie bei den meisten Pokémon-Spielen, wenn du es so schnell wie möglich durchspielen willst, nimmst du einfach nur den Starter. Und dann ist dein Starter am Ende auf Level 70 und du wipest damit alles. So sieht das, äh, so, sorry. Ähm, kurzzeitig kannst du damit die Kamera in der Luft halten und tust dir leichter mit dem unteren Bildschirm. Stimmt, ich könnte, ich meine, ich habe ganz viel so Kamerahalterungen. Ich könnte den Bildschirm, dadurch, dass ich ihn in der Luft halten kann, kann ich meine Hände drunter tun. Das ist angenehmer. Ich meine, ich kann es auch so irgendwie hinkriegen. Aber das Problem ist, wenn ich ihn in der Hand halte, dann wackelt er immer ganz leicht. Das ist auch nicht sehr angenehm. Ich glaube, ich habe fünf. Yes. Jetzt gehen wir tauschen und jetzt kann ich auch den Bildschirm wieder ändern. Oh Gott. Ich dachte, ich hätte die Idee besser hingestellt. Geht schon. Sebastian Bessler, Dankeschön. Für drei Jahre. What the fuck? 45? Bald drei Jahre. 46, oder? 38, 46, 46, ne, was? Drei mal zwölf ist doch 36, was? Ne. 12, 24, 36. Jetzt meinst du vier Jahre? Du meinst vier Jahre, oder? Bald vier Jahre, ja, ich dachte schon, meine Mathematik. Ich bin doch so ein guter Mathematiker. Bald vier Jahre, das ist abgefahren. So, wir fangen an zu tauschen. Jetzt sollte ich Zettel zeigen können. Wollt ihr die überhaupt sehen, ist die Frage. So, wo ist hier? Das ist das. Das heißt, hier fangen wir unten an. Und hier fangen wir oben an. Okay. Ähm. Wo ist unten? Warte, was kam? Die sind zuerst. Sorry, Leute, das dauert jetzt ein bisschen. Snox, nochmal Dankeschön für fünf Subs. Itaco, Dankeschön für 1100 Bits. Azrael, Dankeschön für zehn Subs. Sword of the Demon King, nochmal fünf Subs. Dankeschön. Äh, du bist ein Hopspross Itachi. Hopspross. Dankeschön, Danu für 1000 Bits. Dankeschön, Snox, nochmal für fünf Subs. Oh mein Gott. Dankeschön, Danu für 1000 Bits. Da hat jemand mich gemutet. Äh, Anne, du bist ein Impergator. So, neues Manafi, einen Moment. Das war Dave. Danu, Dave, Dave, Dankeschön für 1000 Bits. Ich lese da, ich lese Dave, ich lese Danu wahr. Und dann gehen wir hier, tauschen, und dann gehen wir da, tauschen. Easy, easy, busy. Und dann haben wir Ähm, Ähm, Eva mit Ähm, Dann haben wir, was willst du machen mit einem Draguran? Ich sehe ein Quartermack für Tomtom, ich sehe ein Griffel für Danu und ich sehe ein Rethan für Demon King. Ich freue mich auf die Post in neun Monaten. Neun Monate finde ich krass, weil mir kommt es vor, als hätte ich erst vor kurzem die letzten verschickt. Wir haben ein Stolrak für Draroth. Hallo. Warum ist die Kamera manchmal dumm? Du siehst mein Gesicht nicht, Kamera. Es ist nicht so schwer, darauf zu zoomen. Draroth, du bist ein Stolrak. Sebastian, du bist ein Pannflamm. Pannflamm. Und dann sind wir hier. Sind wir hier? Ja, wir sind hier und hier. Big Link, du bist ein Dingens. Rollum. Ist das Rollum? Rollum. Strubbel. Du bist ein... Jetzt hört doch mal auf. Du bist ein Knilz. Und Verox, du bist ein Lillib. Nein. Die Vorentwicklung von Lillieb. Willi? Nee, Willi ist die Weiterentwicklung. Lillib. Lillieb. Lillib. Stopp. Happens. Das machst du absichtlich, wenn ich sage, stopp. Happens ist ein Bronzong. Aber ihn kümmert nur, dass ich mit meinen schwachen Armen diesen Zettel greifen musste. Du bist ein Knilz, manchmal aber auch ein Knilch. So, hier sind all eure Zettel vom Hypetrain. Ja, hier. Und die kommen natürlich auf den Stapel. Und we did it. Unser erster Zyklus. Wie lang bin ich schon live? 31 Minuten. Wow, ich sehe nichts. Wir haben 31 Minuten gebraucht, um 5 Eier zu tauschen. J-Gamer creept nicht so von hinten. Sehr unverschämt. Hier sind eure Spirits. Da sind eure Zettel. Da sind meine 2DS. Da ist mein Eistee. Und alles ist wunderschön aufgeräumt, wie es sich gehört. Für einen deutschen Streamer. Es wurde aufstehen eingelöst. Gleich. Warte, was muss ich machen? Ich habe die Eier. Die Eier sind hier. Hier sind die Eier drauf. Oder? Ja. Das heißt, ich resette hier. Das ist kompliziert. So, die Person, die gefragt hat, wie das alles hier läuft, warum das hier alles so komisch ist mit Manafi, du bist schon längst weg. Du dachtest dir, was ist denn das hier für ein goldener Quatsch hier? Oh shit. Nein, das Kabel von der Kamera ist beim Stehen zu kurz. Warte, wir kriegen das hin. Geht schon, geht schon, geht schon. Schau, Stehen hat nur Nachteile. Nur Nachteile. Okay, wir können hier laufen. Lass mich erstmal alles unter Kontrolle bringen hier. Beziehungsweise hier muss ich jetzt einen neuen Spielstand machen. Und dann hatten wir Who's That Pokémon, hatten wir auch. Oder? Ja. Carmine. Who's That Pokémon. Tell me. Das ist doch easy. Du sagst sogar direkt Don Phan. Na dann. Don Phan. Das müssen wir nochmal machen. Das war zu einfach. Schon schwieriger, aber ich sehe es auch sofort. Was ist das? Mit der Kraft der goldenen Kappas wird das ein Kinderspiel. Kigli? Nein. Kigli? Nein. Leute, guckt genau hin. Das ist doch kein Kigli. Kuriogel? Nein. Nein. Ich sehe es leider nicht sofort. Das ist diese Mumie. Genau, das sollte ein Hydragil sein, oder? Fuck, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Nein. Okay, was ist das? Das war ein Hydragil. Das war safe ein Hydragil. Was ist das? Das ist der Salzstein. 何? Es würde ja auch sein. Danke. wäre, glaube ich, Stachliger. Dogepi? Du hattest Pi gesagt. Ich glaube, Charnera ist größer. Ich bleibe bei Charnera. Das war der Instinkt. Rokara ist auch gut. Uh, Rokara ist gut, weil es hat diese zwei Ohren, die zur Seite gehen. Was ist es? Hey. Okay. Danke. Hey. Hey. Erst ist man auf UI geschlüpft. Wie sollte ich mal anfangen, das Spiel zu spielen? So, was war noch das andere? Jemand hat eingelöst die Nummer 2 und die Nummer 16. Struvel hat 2 und 16 eingelöst. Dann sag mir mal, was das hier sein könnte. Das ist sogar süß. Oder? Das ist sogar süß. Das könnte sogar ein Vögelchen sein, das sich verirrt hat in den falschen Bau und 5 Generationen später kam das raus. Was kam zuerst? Das Bisa Samen oder das Taubsi? Okay. Okay. Schön. Schön. Bisa Taub. Ich sag Taub Samen. Es ist Taub Samen. Name L E O Läuft hier die Oxyshiny Hand? Ich hab noch nicht weitergemacht. Ich bin bei jetzt also weil man anscheinend wieder resetet auf 0 Ich hab direkt weitergemacht auf ich bin bei 2500 oder sowas nach dem Fail Schwimm Wokek Watt Zwei ist auch Knospi und nicht Flor Ja stimmt es war Bisa Knosp und nicht Bisa Ja stimmt es war Bisa Knosp Bisa Bisa So was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas anderes zum Abarbeiten? Was hab ich verpasst? Will noch jemand dass ich aufstehe? Will noch jemand Was was wollt ihr? Was wollt ihr von mir? Mein Beileid? Ja es ist nicht so schlimm. Das tut weh. Äh Es war nicht so schlimm. Wie manche Leute unter dem Short drunter kommentiert haben oder auf TikTok hat einer geschrieben das hat nichts mehr mit Glück zu tun wenn man vier Systeme benutzt. Okay. Aber es stimmt ein bisschen mit vier Systemen macht man sich's halt schon extrem viel einfacher. Viermal so einfach um genau zu sein. Deswegen tat's auch nicht so weh weil ich weiß keine Ahnung nach drei Sessions wird's wahrscheinlich wird wahrscheinlich wieder was kommen. Es ist ja das Angenehme wenn man wenn man so wenn man viermal macht. Will endlich das gelbe Arkys sehen alles andere ist mir langsam egal. Selbst der Weltfrieden. Wow. Krass. Ihr habt's hier zuerst gehört. Alles andere ist egal. Äh ja das ist abnormal. Deine Erlösung wird noch zehn Generationen später spürbar sein. Die Welt wird so erbeben dass jeder weiß oh der angepisste Gott ist gekommen. Wo bist du? 22.000? Nee. Du bist bei dreifachen Orts oder? Das heißt zwölf nee du bist schon weit über warst du nicht bei nee du warst bei 14.000? Aber Mariko ist mit dem Ho-Oh ganz woanders. Die ist bei 22.000 oder sowas. Wie sauer wärt ihr beiden wenn heute bei 40 das Minafi kommt? Ne? Ihr werdet euch doch für mich freuen oder? Du bist bei 21.000 bei Ho-Oh und du bist sicher dass du es willst. Willst du es wirklich stark genug? Es scheint so als ob du es nicht wirklich willst das Ho-Oh ich meine sonst wärst du doch schon längst gekommen oder? Du musst es stärker wollen vollgemein bist du sicher dass du es willst? Ich werde danach nie wieder ein Ho-Oh in Shiny suchen das ist klar ich hätte eher gesagt ich hätte eher gedacht du wirst nie wieder danach ein Shiny suchen mit 1 zu 8000 in einem Gen 1 bis 5 Spiel aber du musst dir doch schon überlegt haben was du als nächstes dir danach holen willst wenn endlich das Ho-Oh gekommen ist weiß einer ob das Event Megane immer weiblich ist meins war weiblich und ich glaube es ist immer weiblich willst du ein männliches ich glaube es ist immer weiblich ich hab das gestern auch gehört aber ich weiß es nicht vielleicht ist es auch random mach das Megane es ist relativ krass dieses Megane weil es sacken viel aushält und instant alle Stats auf Max macht also Lichtschild Reflektor und Fluch das heißt es hat einen maximalen Angriff krasse Verteidigung krasse Spezialverteidigung ich hab's nur mit meinem Mew geschafft ich hab's erst online probiert kannst vergessen so viele sobald einer nicht Bescheid weiß bist du sowas von weg weil du musst die ganze Zeit ausnutzen von Megane und wenn einer stirbt ist es einfach naja und ich hab's mit Käfer Mew gemacht auf Spezial mit Käfer Trutz und Mew Eisenabwehr plus 6 dann Abwehr die blaue Abwehr noch gemacht dann Ränkeschmied dreimal und wie heißt das Säurespeyer dreimal also alles auf maximal und dann ging's zeitlich sich aus dass ich's besiegt habe solo weil wenn du voll auf Verteidigung bist kann er dir nix mehr tun und deine Muschelglocke heilt dich genug aber dein Schaden ist halt weil das Viech auch alles auf Max hat dein Schaden ist halt nicht riesig deswegen dauert es trotzdem lang aber es geht sich aus Käfer Mew ja Mew halt das was wir damals benutzt haben um Mew zu besiegen also Mew auf Käfer Terra sobald du Käfer Terra bist kann das Ding dir kaum noch was antun wenn deine Verteidigung auf Max ist Nioha hallo nach meinem Hydropie Starter Reset in Oas habe ich auch geschworen nie wieder Starter Reset zu machen habe es leider nicht gezählt aber Zeit in Encounter gerechnet waren so 30 K Aua Epitaph hat alle geregelt mit Zornes Faust 200 Protzer und Energiefokus echt obwohl Meganie Zen Headbutt macht wie heißt es Zen Kopf Stoß Zen Kopf Zen Headbutt Uff Trotzdem Epitaph Ist Ist das Skillocroc nicht brauchbar doch Skillocroc soll anscheinend auch gehen Es gehen viele Ich habe es mit Käfer Mew gemacht Aber natürlich wenn ihr zu viert seid und gut seid dann geht das um einiges leichter und schneller natürlich Aber ich sage nur ich habe Solo mit Käfer Mew gemacht Zen Headstoß Sag ich doch Wie heißt das Zen Kopf Stoß Zen Headbutt Zen Kopf Stoß Ja Genau Einfach nur Noah Okay Hallo Fast Guy Ich glaube es ist mir egal die ist immer weiblich Ich habe gestern Streams geguckt da waren sie weiblich und meins war auch weiblich Hallo Beast Ich war sogar glücklich wenn ein Shiny Fail passieren würde Hauptsache ich sehe eins Das kann ich verstehen weil als ich eben jetzt den Deoxys Fail hatte es war auch irgendwie eine Sicherheit dass es kommen kann Weil nach 9000 Resets hat man immer im Kopf so Was ist wenn ich irgendwas falsch mache Was ist wenn es auf japanischen Cartridges anders funktioniert Was ist wenn ich doch keine Batterie anhaben muss also wenn die Batterie aus sein muss wo ist Flucht da ich glaube ich muss noch einmal nach 4 oder ich kenne mich noch bis Silber und Gold auf dem Gameboy aus und das war's dann dann lege ich dir ans Herz vielleicht noch mal die alten Spiele auszupacken oder neu zu holen was leider teuer ist aber es ist cool alles noch mal so von vorne durch zu spielen was ich ja gerade mache und auf YouTube sind es dann so einzelne Kapitel wie ich noch mal alles von Anfang an durch spiele bis heute so war das jetzt das vierte Ei oder das dritte Ei noch eins interessant aber dass die Eier der Reihenfolge schlüpfen also man könnte ja denken die Eier es ist komplett random welches von den vier Eiern das Spiel zuerst aussucht aber es ist nicht es geht immer die Reihe runter im Beutel du hast dich mit dem Icognito so angefixt dass es mein letzter Hunt in Gen 2 wird aber erst Lugia wenn das Ho endlich da ist das heißt nach Ho willst du Lugia machen erinnerst du dich noch wie lang ich für Lugia gebraucht hab und dann Icognito Icognito ist einfach cool weil es einfach so von den Odds her einfach so interessant ist wie Icognito funktioniert Hast du ein Spiel in welchem dir die Shiny Sprites am besten gefallen die Shiny Sprites also die Sprites gefallen mir glaube ich am besten ich mag ja Gen 5 aber Gen 5 ist halt so krass verpixelt aber dafür kann das Spiel nichts dafür kann der Gameboy was der DS ist halt so eine schlechte Auflösung aber ich finde die Sprites eigentlich am coolsten in Gen 5 weil es sind noch retro wirklich Pixel Sprites aber sie sind halt komplett animiert und das sieht gut aus aber es ist halt krass verpixelt ansonsten würde ich sagen Gen 3 weil habt ihr schon mal einen Gen 4 Meryl gesehen wobei ich glaube Gen 3 und Gen 4 hat den gleichen Meryl Sprite den traurigen Meryl Sprite wo Meryl einfach du denkst okay Meryl hat Sachen gesehen so nicht mal das ist einfach so Meryl was keine Ahnung Meryl ist eigentlich so ein süßer kleiner Kugelball der glücklich ist und da ist einfach nur so als ob es Sachen gesehen hat aber Gen ich finde Gen 1 Sprites auch cool die sind halt so OG so alt so böse und vor allem wenn man sich Sprites anschaut von der also von nur dem japanischen Spiel wo die Sprites ja nochmal Gen 1 hat drei verschiedene Sprites Systeme gelb rot blau und grün rot und die sind komplett anders Mew sieht zum Beispiel auch komplett anders aus so jetzt können wir hier einmal groß machen guckt was ich alles eingestellt habe man aphi nummer 1 nummer 33 nicht shiny nicht shiny nicht shiny nicht shiny krass 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 ok was haben wir gesagt ich soll hier einmal durch gehen und noch die anderen anschauen und schauen ob hier der pokerus drin ist wo würde ich den pokerus sehen hier oder ich glaube ich glaube im bild ne das wäre schon lustig den pokerus mal zu kriegen ok kein manafi wir bleiben hier stehen und gehen zurück und spielen das spiel und gen 2 ist auch cool ich meine mein lieblings pokémon sedra king finde ich nur so geil weil halt in gen 2 sieht sedra king sowas von böse aus es sieht es sieht so richtig mächtig böse aus wenn siegfried oder wenn siegfried sedra king rausholt du kriegst richtig angst du denkst dir oh mein gott was ist das und danach sieht sedra king nie wieder so böse aus wie in gen 2 nummer 1 16k resets bei zapdos ich sehe nur noch schwarz weiß das verstehe ich deswegen wollte ich die anderen vögel nie wieder machen weil dieses schwarz weiß und dieses nur auf zahlen gucken ist so langweilig und es tut so weh wenn eins kommt und nur eine zahl falsch ist wie ich immer gesagt habe gen 1 shiny hunting ist so besonders weil du siehst wie knapp du daneben bist was keine Rolle spielt weil es ist immer 1 zu 8000 egal ob du 1 davon entfernt bist oder 1000 davon entfernt bist aber du siehst halt wie knapp du an der Zahl vorbeigegangen bist das tut weh wie sieht man den range ab dass man nothing noch da ist ich bin außer Puste weil ich stehen muss fühlt sich trotzdem so bitter an ja 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 wenn du ich habe in welchem video habe ich das kurz erklärt so grob erklärt habe ich im gen 4 video wenn du mein origin dex gen 4 video anschaust und gehst in das kapitel man na fie dann erkläre ich es ganz kurz und zeige auch zwei screenshots aber kurz hier so mündlich gesagt du musst halt das ranger netz nicht haben wenn du das ranger netz hast also 100% ist das man man auf dem cartridge der cartridge wenn das ranger netz nicht freigeschalten ist das heißt im start bildschirm steht da neues spiel spiel laden ranger netz und wenn ranger netz nicht da ist ist zu 100% das man noch drauf wenn das ranger netz da ist musst du da drauf klicken und dann siehst du ob die man quest überhaupt freigeschalten wurde wenn die man quest nicht freigeschalten wurde auch dann steht fortsetzen neu spiel option wenn dann sonst nicht mehr steht dann ist das man noch drauf goldenes quä moment das war glaube ich danu mit dem goldenen quä das sollte danu gewesen sein mit dem quä oder kushanu ihr habt sehr gleichzeitig geschrieben das holst du dir sehr gut dann hast du schon einen man hat letztens ein video gesehen wo jemand meryl shiny gehandelt hat um es dann happy zu nennen und dann freizulassen um es glücklich zu sehen ich glaube das kenne ich es sieht so traurig aus wie konnten die diesen Sprite machen ich glaube das lag daran dass jemand hat den Sprite gezeichnet und es war ein es ist ja nur der Mund weil der Mund sollte ja eigentlich einfach so ein Smiley sein aber es ist einfach ein Strich oder ein Punkt Strich so zwei Punkte nebeneinander wodurch das Meryl einfach nur geschockt aussieht so und ich glaube weil eben auf einmal die Auflösung vom die S so kacke ist ist es Meryl schön gezeichnet auf dem PC oder irgendwo und dann verliert es halt diese zwei Punkte um es zu einem Smiley zu machen ich kann es mir sonst nicht anders vorstellen dass jemand absichtlich Meryl das lächeln weggenommen hat Meryl ist so ungefähr das glücklichste Pokémon das es gibt oder ist es nicht der Pokédex Eintrag das ist das glücklichste Pokémon der Welt ne aber es sollte so sein hab ich schon fünf ich hab schon fünf krass ok wir sind back wir müssen hier neu starten hier hoch gehen du hast heute drei Spiele auf Ebay gekauft wo das Manafi noch drauf ist Moment das heißt du hast die 100 Manafis bis jetzt noch mit einem Ei gemacht oder versuchst du jetzt acht zu machen du machst jetzt acht oder Andi schon nach 100 Resets sagt Andi nee nicht nach 100 Eiern sagt Andi nee tue ich mir nicht an verdoppeln wir die Sache Bale balim 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 die Eier sind auch von einer R4 bisher oder ach so weiß ich nicht das heißt du willst sie einfach nur legitter machen so wir gehen hier rein wir gehen da rein Ups das war ein Fehler es gibt kein giveaway es gibt kein giveaway hört auf ausruhezeichen ich sehe es jetzt schon Leute ihr macht giveaway ausruhezeichen ne stop it stop it reset mixta giveaway keiner hat es gemacht hier hat euch zusammengerissen wo sind die goldenen kappers muss bei dem Starly Sprite immer an meinen random shiny auf meiner japanischen pearl edition denken geil also die meisten leute die manafia hunten die kriegen shiny starter shiny starre lily shiny bedisas weil die hans einfach so lange dauert so wir fangen hier oben an und fangen hier unten an hallo dödlinger habe ich eigentlich plus gemacht ich habe gar nicht plus gemacht wir sind bei 36 da ist das goldene kappa hätte ich dann dein celebi bekommen ja du willst legit eier haben okay ich meine im endeffekt auf dem blatt papier macht keinen unterschied ne es ist am ende ein legittes manafi aber fürs gefühl ne fürs eigene gefühl dass man weiß ich habe den aufwand betrieben um vier verschiedene manafi eier zu kriegen deswegen ist die hand ja so besonders jeder kann sich halt vier eier geben oder hundert eier geben oder tausend eier geben aber das besondere ist halt dass man die rangers findet warum habt ihr alle goldene kappers habe ich was verpasst wir hatten einen goldenen hype train was ich gar nicht wusste dass das existiert und jeder der dann bei dem hype train mitmacht bekommt für 24 stunden ein goldenes kapper dankeschön fieber artist mina mina dankeschön also jetzt mal angenommen du findest ein shiny wirst das löschen oder auf home schieben es kommt drauf an wann es kommt aber es kann eigentlich nur kommen bevor es kann eigentlich nur kommen auf der cartridge wo ich kein man aphi habe deswegen kann ich einfach speichern und die pokémon rüber schicken also natürlich lösche ich die nicht dann dann haben wir endlich unser random gen 4 shiny also natürlich übertrage ich die dann es wäre nur wieder schade wenn ich es nicht mitkriegen würde weil wir haben keinen Sound an und gen 4 ist jetzt doch bei gen 4 gen 3 war so also gen 2 ist ein extremer shiny sound hier sollten wir sein oder gen 2 ist ein extremer shiny sound gen 3 war glaube ich der shiny sound so dass man ihn kaum mitkriegt und gen 4 ist dann wieder normal wirst du weiterhunden auch wenn es diesen monat nicht kommt ja irgendwann auf jeden fall es wäre nur cool wenn es diesen monat kommt aber ich weiß nicht ich werde wahrscheinlich auch in diesem monat nicht mal über ich schätze auf 200 werde ich kommen ich maximal 40 resets oder ja 40 man avis 40 mal 40 mal 4 40 mal 4 sind nur 160 im moment kann nicht sein 40 pro ding 40 mal 80 80 mal 4 wären 320 ja und ne 1 8000 320 ich würde auch gerne shiny finden im egg month aber ich habe halt kein anderes shiny das ich wirklich will aus einem ei außer das hier ich würde natürlich da so schön auch so ein screen kriegen auf egg month twitter so leos mind hat das gefunden auch stellt euch mal vor es ist man nafi das ist dann krass hey vielleicht nächstes jahr oder jetzt gleich aber eigentlich also nach dem monat würde ich dann man nach hier wieder pausieren weil deoxys und entei haben eine prio einfach weil ich da schon so weit bin und das hier ist sehr anstrengend es ist sehr anstrengend wenn du mit man nafi wieder so ein glück hast wie bei lugioho oder fion wäre das hart sass ihr seht alles ich selbst ich kann nicht also selbst vor allem diesen DS hier kann ich halt überhaupt nicht faken weil der ist halt null gemoddet was ihr glaube ich merkt daran dass ich ihn abfilmen muss weil er kann trotzdem gemoddet sein deswegen ich wüsste nicht deswegen ich werde man nafi auch nicht offline suchen sondern nur live weil wenn man nafi kommt will ich dass das live passiert nein ich will gehen was lass mich gehen so wo habe ich jetzt man nafi gott ich ne hier oben sollte ich man nafi haben ja ok hier das heißt hier machen wir aus es wäre so cool wenn es heute käme es wäre auch cool wenn es irgendwann in diesem monat käme das problem ist echt wenn es super schnell kommt glauben die leute es mir nicht bam 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 ich habe schon das Gefühl die leute glauben mir den deox das fail nicht weil ich so gelassen reagiert habe was ich verstehen kann aber ich bin nicht der Typ der groß ausrastet vor allem ich bin ja ich war traurig ein bisschen Dankeschön Kurkuma Hallo Hallo Es tut weh aber was willst du machen richtig ne was willst du machen ich bin ne kölsche jung was willst du machen ist glaube ich noch glaubwürdiger dass es jetzt kommt als wenn dann plötzlich mehrere auf einmal kommen mehrere auf einmal auf einmal das wäre sehr unglaubwürdig und du bist nicht der Typ dafür die irgendwas faked nö aber das wissen ja andere nicht morgen geht's auf eine Trading Karten Messe hab ich schon Bock oh geil was heißt so richtig was heißt Trading Karten Messe so alles da oder ist da nur dann Pokémon da ist dann alles wahrscheinlich sonst wäre es keine Trading Karten Messe stellen wir vor es kämen zwei Shinies es ist halt unmöglich dass zwei Shinies kommen es ist nicht unmöglich weil es kann sein dass ich zwei Manaphis habe die die gleiche ID haben aber das ist ja schon unmöglich nicht unmöglich aber quasi unmöglich Manaphis dieses dumme Pokéball berühren das fände ich das schlimmste ich würde mich schon über ein non shiny freuen Manaphis achso dass du ein non shiny Manaphis hast Moment du hast mir dein Ranger gegeben, wo ein Manafi drauf ist und jetzt willst du ein Manafi? Du hattest eins, quasi. Ist von Sport? Ist auch Sportkarten sogar. So Pirelli. Ne, das ist ein Reifen. So, wie heißt es? Paragoni. Ne, ist ein Pokémon. Äh, Panini. Panini heißt es. Heute ist Void Arceus geholt. Ein Pain, das bis Level 90 zu bekommen. Zehn Sonnebarmons habe ich gesammelt. Echt? Also ich fand, wie ich in meinem Video, in meinem Gen 4 Video gezeigt habe, ich hab ich hab das eigentlich, also von Level 80 auf 90, hab ich einfach hab ich zwei Tage gebraucht, aber es waren nur halt jeweils vier Kämpfe. Hier im Trainingsareal viermal Arena Leiter besiegt und danach war ich auf Level 90. viel Spaß auf dieser Trading Card Messe. Ich habe gehört, ich hab letztens Video geguckt, wo einer quasi reviewt hat oder bewertet hat, welches Fandom am meisten stinkt. Also, vom Geruch her. Da war auch Magic Card, Yu-Gi-Oh, Smash, Pokémon, Anime Fans und so was. Und der Gewinner war, also am Ende war es Magic gegen WoW und Magic hat gewonnen. Er war der Meinung, dass Magic Kartenspieler mehr stinken als WoW-Spieler. Weil WoW-Spieler bleiben drinnen und konfrontieren Ande nicht mit ihrem Geruch, aber Magic-Spieler gehen halt raus. und verbreiten ihren Geruch woanders. Was ist Top's Trading Cards Fail mitbekommen? Was ist das? Wo ist eigentlich der tolle Ditto-Pulli hin? Ich habe nicht jeden Tag den gleichen Pulli an. Ich habe den voll oft an. Weil er ist bequem. Mama, lass mich in Ruhe. Mama, lass mich in Ruhe. Mama, lass mich in Ruhe. Verdammt. Mama hat mich gesehen. Wir haben gestern die zweite Folge Last of Us angeschaut. Ich weiß, ich bin ein Jahr zu spät, aber ähm ist geil. Ist geil gemacht. Ich habe das Spiel mehrmals durchgespielt. Aber die Serie ist sehr geil gemacht. Es ist sehr, 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 sehr geil. Aber Rosa muss die ganze Zeit wegschauen, wenn Zombies kommen. Und Folge 2 ist ja die erste Folge, wo so richtig Klicker vorkommen. Und es war schlimm für sie. Sie hat nichts, sie hat den kompletten Kampf nicht gesehen. Aber der war richtig geil gemacht, der Klicker-Kampf. Der war eins zu eins wie im Spiel einfach. Wie sie sich verstecken und warten und dann saugut gemacht. Nächstes Jahr gibt es den goldenen Kappa-Pulli? Nein. Ich bitte nicht. Ich mag doch Kappa nicht. Ich habe Magic nie verstanden. Warum? Ich habe einmal aus Versehen ein Playstation-Spiel Magic-Spiel gehabt. Und da ich alles immer auf 100% machen muss, habe ich auch die Trophäen für dieses Magic-Spiel dann geholt auf Playstation. Und da musste ich mich ein bisschen reinfuchsen und es verstehen. Magic ist cool. Ich habe halt mehr Bezug zu Pokémon. Also allgemein habe ich keine Kartenspiele, die ich jetzt groß spiele. Überhaupt nicht spiele. Gewend ist auch cool. Selbst Final Fantasy hat einen TCG. Selbst One Piece hat einen TCG. Alle haben das. Aber ich finde, also alte Pokémon-Karten zum Beispiel sind super hässlich. Also oder langweilig. Ist einfach nur ein PNG von einem Pokémon. Manchmal sind sie cool, dann ist das irgendwie so eine Stofffigur oder so eine Knetfigur. Aber inzwischen, was die inzwischen auspacken für krasse Designs für Pokémon- Karten, oh mein Gott, sind die hübsch. Inzwischen. Damals waren die alle langweilig. 90% langweilig. Heute sind 50% richtig krass geil gezeichnet. Ähm. Aber und Magic sieht halt erwachsener aus. Mir geht es jetzt nur ums Äußerliche. Magic ist halt, sieht halt schon krass aus. So die Artworks und sowas. Aber auch bei Magic gibt es Artworks, wo du dir denkst, boah ist das langweilig. Da gibt es wieder welche, die super krank geil aussehen. One Piece TCG war, als ich als ein Teenie war, echt geil. Das gibt es schon so lang. Ich dachte, One Piece TCG ist relativ neu. Ah, dumme Kamera. Hallo Katetsu. Who is that Pokemon? Carmine. Das ist doch süchtig. Hier. Oh, ich hatte gerade was gesehen. Ich habe gerade was gesehen. Aber jetzt weiß ich nicht, was es war. Ich sehe irgendwas. Doch, ich sage, es ist Vizca-Gott. Seht ihr auch Vizca-Gott? Ich sehe irgendwie Vizca-Gott. Seht ihr auch Vizca-Gott? Ich sehe es. Nigiragi? Ich glaube, das ist ein anderes. Floink? Floink hüpft auf einen Ball. Siehst du einen Schmerbe? Soll das mal zum Arzt gehen. Nein, vielleicht. Echt seht ihr da Schmerbe? Aber Schmerbe geht doch von links nach rechts. Velsa. Velsa. Es könnte Velsa sein. Es stimmt. Was habe ich gesagt? Vizca-Gott. Viz-Vizca. Genau, Vizca-Gott. Was ist es? Ach, das ist Floink. Ich dachte, ihr meint Spoin. Ich dachte, ihr meint das andere Floink. Es ist Floink. Es ist Floink. G-G. Habt ihr tatsächlich Floink gesehen? Nicht schlecht. Ich habe Floink, Spoin. Die Schweine heißen alle gleich. Also, ich meine Floink, Spoin. Und wie heißt das Neueste? Äh, Groink. Also, Floink, Spoin, Groink. Und wie heißt das Neue? Ferculi. Alles F und 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 Groinkis und das ist alles, ne? Alles gleich. Habe ich meinen Call eigentlich verpasst? Nein. Ich weiß doch nichts. Ich heiße Leo. Dein Call ist das hier. Okay, das müssen wir lauter machen. Bitte was? Oh, ich sage, das ist ein Clefki. Was sagt ihr? Ich glaube, Clefki klingt nochmal anders. Plinfer? Instant sagt ihr Plinfer. Okay, habt ihr zufällig in Gen 4 gescheinig hunted und deswegen sagt ihr so unglaublich bewusst, so selbstbewusst Plinfer? Das kann man doch nur dann wissen. So klingt Plinfer? Das klingt für mich wie ein Clefki. Ernsthaft? Du sagst Kikugi? Auch interessant. Schauen wir, was es ist. Wenn Sarah sofort Plinfler sagt, dann kann es ja nur ein Plinfer sein. Ich glaube, das ist Shiny Plinfer. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das war ja fast zu einfach. Alle lagen falsch, genau. Oh Gott, dieser dumme NPC. Alle lagen sie falsch. Es gibt kein Ferguli, nur Lechonk. Ja. Lechonk. Lelelelelelelelelelelelele. Ich habe damals so ein Starter-Set von Magic als Kind geschenkt bekommen, aber die Anleitung war irgendwie doof. Hab da mehr Pokémon und Yu-Gi-Oh! gespielt als Magic. Aber ich finde, Magic ist einfacher. Ich habe jetzt hier Regeln auch nicht mehr im Kopf, aber ich fand immer, Magic war einfacher. weil Yu-Gi-Oh! musste man irgendwie drehen und dann hier, da, so, äh, äh, Pot of Greed. Keine Ahnung. Da musste man drehen und so. Und in Magic ist es einfach, das ist stärker als das. Let's go. Und in Pokémon ist es dann, das, was ich immer nie akzeptieren wollte, ist, dass Pokémon nicht alle Typen hat. So, es gibt diese ganzen 18 Typen und das TCG benutzt nicht alle. Da denke ich mir so, warum ist diese Attacke gut gegen die Attacke? Das macht doch gar keinen Sinn. Ach so, TCG, da gibt's nur was. Acht? Acht Typen? Kannst du bitte nicht, ich bin voll erschrocken und dachte, meine Telefonschnecke Böhl Baillet. Böhl 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 böhl. Böhl 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 böhl. Let's go. Seit dem ersten April heißt es Pot of Wheat. I choose you. Pot of Wheat. So, Panini jetzt, Strubbel. Panini, was Panini? Panini hat ja immer nur WM und EM die Sticker rausgebracht. Okay, dieses Jahr sind die Rechte an Tops rübergegangen. Die müssten ja dann vor Bekanntgabe ich schon schätzen werden. den Kader. Was? Ich habe keine Ahnung. Okay, aber das ist die Erklärung zu dem Skandal. Zu dem Panini-Skandal. Dieses Jahr Tops ist aber hart verkackt und so gibt es zum Beispiel Oliver Kahn fürs deutsche Tor, der ja schon vor Jahren in die Rante gegangen ist. Ach krass, hä, wie kann man so dumm sein? Das weiß ja sogar ich. So, ich muss hier Mr. Eichel muss ich ja sagen. Mensch. Hab die Pokémon-Karten nie gespielt, nur gesammelt. Hast du selbst, hast du nicht mal das TCG? Spiel gespielt? Das habe ich nämlich ohne Ende gespielt als Kind und das war so geil. Lea, Lea, du bist ein Swat Ronin. Wie Limp Bizkit sagen würde, Swat Rollin, Rollin, Rollin. Ähm. Hab die Pokémon-Karten nur gespielt, nie gesammelt. McBosley, hallo. Dann sollte doch bald das neue, wobei das glaube ich nur fürs Sammeln, dieses neue Ding, was Pokémon rausbringt mit den TCGs, ist glaube ich nur zum Sammeln, oder? Das Spielen ist dann das Online-Ding. Wie gewonnen, so Swat Ronin. Der war besser als meiner. Wie gewonnen, so Swat Ronin. Er ist gut, schau, der ist gut. Ich hab das TCG-Spiel geliebt von Pokémon auf dem Gameboy. Der zweite Teil kam leider nie nach Europa, aber den will ich irgendwann spielen mit euch und auch alle Trophäen darin sammeln und so. Man kann ja auch spielen mit den Karten beim Handy-Ding. Genau, das meine ich. Ist halt eine Website. Ich wusste nicht, dass es da auch quasi eine App für gibt. Ich dachte, das ist alles nur Browser. Habe ich hier überhaupt noch welche? Achso, ich hab schon alle. Okay, lass schauen. Wir haben kein Shiny. Kein Shiny. Kein Shiny. Kein Shiny. Und somit sind wir bei 40. Und somit dürfen wir hier weitermachen. Ich könnte das hier so höher machen. All die Manafis wurden an meinem Geburtstag gefangen. Was? Gebrütet. Hast du heute Geburtstag? Ist das die kreative Art, um uns zu sagen, hey Leute, ich hab heute Geburtstag. Ich glaube, ich muss das mal mit meinem Gameboy ausprobieren. Hast du nicht? Also, es ist echt ein cooles Spiel. Pokémon TCG für den Gameboy Color, glaube ich, damals. War echt cool. Da wird dir das Spiel echt gut beigebracht. und es hat eine kleine Story, die keiner braucht, aber die Kämpfe sind cool gemacht. Keine Ahnung, es macht einfach Spaß. Das sind die 1 zu 1, die Karten, mit denen du da spielst, nur halt so im 16-Bit-Look oder was das war. Das war noch für den Gameboy. Ich kann schwören, das hat richtige verschiedene Farben gehabt. MacBosley, happy, happy birthday. Du kleiner Schlingel. Hat er es wieder geschafft, seinen Geburtstag reinzuschlingeln in den Content. Die Manafis wurden an meinem Geburtstag gebrütet. Also, heute. Wenn du es in den Color gemacht hast, ja, ging aber auch für den Pocket. Jaja, wenn du Gameboy-Spiele in den Color reingesteckt hast, dann haben die halt alle so einen Farb-Look bekommen. Aber ich dachte, ich konnte mich erinnern, dass es tatsächlich eigenständige Farben waren und nicht nur so ein Farben-Ding drüber gelegt wurde. Aber ihr wisst es, ich habe gerade keinen Google. Es war wie Pokémon Gold-Silber für Gameboy, aber mit richtigen Farben. Also doch, hä? Hä, da gab es einen Unterschied? Wie? Gameboy hatte keine Farben. Gameboy Color-Spiele hatten Farben. Wie gibt es da ein Zwischending? Wie meint ihr das? Wie? Wie? Das TGG war für Gameboy Color. Ja eben, okay. Also doch. Okay. Ich habe über Ebay ein Pokémon-Y-Spiel gekauft und wenn ich die Karte in den 3DS schiebe, wird mir der Titel bestimmt gezeigt. Allerdings steht, dann da, diese Karte kann nicht verwendet werden. Ist das ein Problem? Was? bei mir liegt oder ist die Karte kaputt? Aha. Moment. Also du kannst sie einlegen und und dann erscheint das Spiel in deinem DS, aber wenn du draufklickst, sagt, es kann nicht abgespielt werden. Also du kommst nicht ins Spiel rein oder kommst du ins Spiel, wo ins Spiel kommst du rein? Woher hast du denn die? Ja. Woher hast du denn die? Also du hast sie auf Ebay gekauft, aber von wo? Woher kam dieses Spiel? Weil der 3DS ist regionlocked. Wenn du einen europäischen 3DS hast, kannst du nur europäische Spiele spielen. Also wenn du ein amerikanisches oder japanisches Y gekauft hast, wirst du das nicht spielen können auf deinem 3DS? Das klingt jetzt für mich danach, dass du ein Spiel gekauft hast, das nicht kompatibel ist mit deinem DS. Auf dem Code steht EU und dein DS ist auch aus der EU. Auf dem Code? Welcher Code? Achso, auf dem Spiel hinten drauf. Dann wie immer das Erste, was du wahrscheinlich schon gemacht hast, reinige das Spiel. Nimm Propofol, nee, das ist was anderes. Nimm Isopropo... Ich kann es mir nie merken. Wie heißt es? Ich habe es hier im Schrank stehen. Isopropo... Isopropo... Alkohol. Nimmst du Alkohol und schmierst es auf die Dinger. Ich habe sogar mal ein Spiel sauber gemacht mit Gin. Aber das ist ein bisschen zu wenig Alkohol. Isopropanol. Genau. Und reinigst und dipst die Kontakte in das Alkohol rein und dann... Was du auch dann gut machen kannst, ist, du steckst das DS-Spiel rein, raus, rein, raus, rein, raus. Damit säuberst du auch dann innen drin das Spiel, wenn frisches Isopropo drauf ist. Und dann guckst du mal weiter. Aber das... Eigentlich sollte das dann erst gar nicht angezeigt werden, das Spiel. Isopropanol. Isopropoful. Ich habe ein ähnliches Problem, mein Pokémon X kann von Bank gelesen werden, jedoch kann ich es nicht öffnen. Glaube leider, dass das... dass unsere Karten sind mittlerweile einfach zu alt und dadurch kaputt sind. Nein, die gehen nicht kaputt. Ich meine, bei... Das habe ich auf Discord gelesen, oder? Das war es du, Flo. Ähm... Ich meine, ist da denn ein Spielstand drauf? Kannst du mit Home drauf zugreifen? Ich glaube, ich habe schon zu viele Pokémon gefangen. Kannst du mal fangen? Nintendo hat leider selber bestätigt, dass die 3DS-Karten auf 5 Jahre ausgelegt sind. Das sagen wir doch nur, um ihren Arsch zu schützen. Die Dinger sind unkaputtbar. Außer ihr entdebt sie natürlich in Wasser rein. Problem ist, die kriegt man halt nicht auf, ohne die Hülle kaputt zu machen. Deswegen, du kannst die Hülle kaputt machen, reingucken, ob innen drin irgendein Schaden ist, den du auch hier mit Alkohol wegmachen kannst. Aber die Dinger sind halt leider zugeklebt und nicht zugeschraubt. Du konntest die Spiele damals hinschicken und ersetzen lassen. Aber nochmal probieren jetzt. Mir ist mein Alpha Saphir gestorben. Wie habt ihr die, habt ihr die tot gespielt? Wie macht ihr das? Echt? Ich dachte, die Dinger halten für ewig. So, we are back. Immer noch kein Shiny. Ich weiß, Dave. Ich muss mich mehr anstrengen. Back again. Leo's back for the win. Deswegen bin ich ein großer Fan von digitalen Spielen. Gen 6 und Gen 7 kann man schon auf den 3DS digital sich kaufen. Konnte man zumindest. Und da geht dann nix kaputt. Da ist dann nur das Problem, dass irgendwann alles dicht macht und du kannst nix mehr benutzen. Aber theoretisch gehen die Spiele nicht kaputt. Praktisch. Habe ich ein Bild in den DC geschickt, falls dann noch wer was weiß, was angezeigt wird. Ja, guck mal. Ich finde das interessant. Aber wenn die Region übereinstimmt, beim 3DS, bei 2DS, 3DS Spielen hast du halt Region Locked. Bei DS Spielen hast du kein Region Locked. Und das ist, wo ich wegen wundert mich, Flo redet über X. Das ist halt ein 3DS Spiel. Weil irgendjemand hat heute auf dem Discord auch geschrieben, dass das Problem besteht, aber das war ein DS Spiel. Und DS Spiele sind nicht Region Locked, aber 3DS Spiele sind Region Locked. Diese Karte kann nicht verwendet werden. Ja, ich würde sagen, geh sicher, dass hier wirklich schön geputzt ist, das Spiel. Mach's richtig gut, sauber, weil es kann ja sein, dass das Spiel gelesen werden kann, aber nicht mehr gelesen werden kann. Also du kommst halt nicht rein. Und zusätzlich, ich weiß nicht, wie sehr dein DS gemoddet ist. Vielleicht hast du eine andere Region gemoddet, weil die Spiele sind Region Locked. Das heißt, wenn das Spiel deutsch ist und dein DS ist gerade irgendwie nicht deutsch, dann geht's halt nicht. nicht gemoddet. Okay, dann muss das Spiel irgendwie nicht lesbar sein. Ich würde es ordentlich sauber machen. Wenn es nach einem richtig gut sauber machen und ich habe auch, ich habe von von Happens eben auch X gekriegt und Ultra Sonne und sowas und ich habe die reingetan und es ging nicht. Aber bei mir wurde erst gar nicht das Spiel angezeigt. Es kam einfach nichts. Und immer wieder, immer wieder und es ging nicht. Und dann habe ich zu Hause hier wirklich jetzt wie so Ibuprofen genommen und so richtig fest eingerieben die Dinger da unten und wirklich versucht sauber zu machen und da kam dann auch Dreck runter. Wenn du dann auf das auf das Ohrstöpsle auf das Tippitoppi Dings da guckst und dann ging's und jetzt geht's perfekt. Also kann sein, dass es bei dir so ein Zwischending ist einfach, dass es gerade so lesen kann, aber nicht wirklich. Passiert ja oft auch bei GBA spielen. Wenn ich die reinzue in den GB Operator, dann zeigt das Spiel an, aber ich kann's nicht spielen. Und dann muss ich nochmal rausreinigen, nochmal rein und dann zeigst du das Spiel gar nicht an. Dann sollst du es nochmal reinigen, nochmal rein und dann zeigst du das Spiel an und du kannst es spielen. Bitte nehmt kein Ibuprofen. Ihr könnt das Ibuprofen nehmen, immer gut, immer nice. Und dann nehmt ihr aber Alkohol. Das könnt ihr auch nehmen. Zumindest mit Ibuprofen zusammen. Ich bin kein Arzt. Hallo Avari. Mit einem gemoddeten Series kannst du doch E-Spiele dumpen und drauf installieren. Jaja, wenn der, ich habe ja nur gemeint, wenn der vielleicht so gemoddet ist, dass die Region gerade anders ist oder sowas, dann kann das vielleicht auch Probleme machen oder keine Ahnung. Aber es wirkt eher wie das Spiel ist kaputt oder halt nicht sauber genug. Und wenn du wirklich sicher bist, dass das Spiel sauber ist, daran kann es nicht liegen und du spielst wirklich von einem originalen DS, der die gleiche Region hat wie das Spiel, dann würde ich, wäre mein letzter Versuch, das Spiel aufzubrechen und die PCB zu reinigen. Oder gucken, ob da irgendein Wasserschaden drin ist. Aber dafür musst du, gibt es bestimmt Videos, die das zeigen, wie man ein DS-Spiel aufmacht. Aber die sind halt zugeklebt. Da muss man... So, ich weiß nicht, wo ich bin. Manafie-Eier habe ich ausgebrütet oben. Oder? Ja. Das heißt... Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe die Manafie-Eier oben ausgebrütet. Ja. Das heißt... Hier. Sicher? Hier habe ich die Eier ausgebrütet. Das heißt, ich soll die Eier weggeben. Klick. Ja. Boah. Probleme, ey. Und dann... gebe ich hier Pokémon her. Oh nein. Echt? Du hast gestern den GB Operator bestellt und er kam heute an. Lebst du in Serbien? Weil da... Da haben die ihren Sitz. Krass. Ich habe das mit Alkohol, einer Karte und Mikrofasertuch sauber gemacht. Hm. Vielleicht ist das Spiel wirklich einfach kaputt. Ich dachte nicht, dass die so einfach kaputt gehen. Du solltest mal dein Kristallspiel reinigen, Mariko. Vielleicht ist ein... ein Atom-Dreck... ein Drecksatom auf dem... auf der Null, die entscheidet, ob ein Ho-Oh shiny werden kann. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist VC. Ey, da kann man auch Sachen reinigen. Keine Ahnung, ob ich gerade die Pokémon in die richtige Richtung getauscht habe. Mann, 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 Mann. Zur Not haben wir eine halbe Stunde verloren. Ich habe gerade das gleiche Problem mit den Eiern. Ey, das ist voll blöd. Man muss wirklich einfach sich darauf konzentrieren, wenn man die Eier tauscht und sich bewusst sein, von wo nach wo tausche ich sie gerade. Vielleicht müssen wir wirklich so einen Pfeil hier reintun, den ich dann einmal einstelle und dann können wir labern und ich sehe die ganze Zeit von wo nach wo. Vielleicht muss das einfach nur so ein... Äh... Ich suche gerade einen Pfeil. Wo sind wir? Noch nicht weiter. Ich mache das so, dass du die Eier in der Mitte immer als letztes tauscht, also auf dem dritten und vierten Platz im Team. Das habe ich eigentlich immer so gemacht. Aber gerade habe ich vergessen, ob ich das diesmal beachtet habe. Deswegen... Ne, ich will keinen Pfeil. Das war schon richtig, weil ich weiß, dass ich die Eier ausgerüttet habe auf dem großen. Weswegen jetzt die Eier auf dem kleinen hier sind. Und... Hier sind die Eier, ne? Yes. Das stimmt schon, das stimmt schon. Ein Drecksatom muss nicht gleich mobben. Da kann das Atom nichts dafür. Es soll aufhören, so dreckig zu sein. Geht Berliner Luft auch zum Reinigen? Nein, wenn du deine Cartridge raushältst... Äh... löst sie sich auf. Wenn der Kartenslot keine Spiel-Lease kann ich da auch mit dem Alkohol-Pad ran. Also was man da halt macht, ist, dass du nimmst ein Spiel, reibst das ein mit Alkohol und steckst es dann schnell rein, sodass der Alkohol vom Spiel auf die Kontakte geht im System und dann rein, raus, rein, raus, rein, raus und quasi mit dem Spiel die Kontakte im DS zu reinigen. Oder du nimmst das ganze Ding auseinander. Alter, Select hoch. Rein, raus. Das legt sonst einen Film ab. Bitte Alkohol ohne Süßmittel. Ich habe meine N64-Spiele mit Gin gereinigt. Das hat super geklappt. Natürlich klappt es, aber man macht es halt auf Langzeit mehr kaputt. Dadurch stimmt schon natürlich. Genau wie reinpusten. Aber hey, was ist schon... Es ist doch egal, was die Zukunft hat. Weil es wichtig ist, was jetzt ist. Hallo Master. Ich finde es aber irgendwie mit Home eine Frechheit, dass du keinen echten Nachteil hast, den Premium-Service zu deabonnieren. Ich finde es nicht eine Frechheit. Warum eine Frechheit? Ich finde es doch eigentlich cool. Ich meine, nutzen wir es halt aus. Also Retro hat die Pokémon-Company angeschrieben und hat gesagt, hat gefragt, wenn man Home deabonniert, ob die Pokémon wirklich für immer da bleiben. Egal, ob ich dafür zahle oder nicht. Die haben gesagt, ja. Das heißt, streng genommen kannst du alle deine Pokémon auf Home lagern, aufhören dafür zu zahlen, weil du keine Ahnung weißt, dass du die nächsten 10 Jahre kein Pokémon mehr spielst. Und dann 10 Jahre später kannst du Pokémon Home wieder starten, dafür zahlen und deine Pokémon sind immer noch da. Obwohl du 10 Jahre lang nicht gezahlt hast. Ich meine, warum ist es eine Frechheit? Das ist eigentlich cool. So nett von denen. Ich hätte es nicht gedacht. Ich finde es halt unlogisch, weil wofür gibt es denn den Service, wenn die dann einfach sagen, wir speichern die trotzdem. Deine Videos sind super. Dankeschön. Aber hat nicht letztens jemand hier im Chat gesagt, seine Mons waren gelöscht irgendwann? Ja, aber wir wissen ja, man kann alles sagen. Wenn eure Pokémon gelöscht werden, dann könnt ihr jetzt euch an Retro wenden und dann ist die E-Mail, die er bekommen hat, legal bindend. Dann könnt ihr Pokémon verklagen mit dieser E-Mail von Retro. Nee, keine Ahnung. Ich meine, Leute bringen Sachen durcheinander. Leute haben Bock, irgendwas zu sagen. Vielleicht meint er Bank. Ja, Leute verstehen was nicht. Leute kommen rein, hören irgendwas, wollen ihren Senf dazu geben, wissen aber gar nicht, um was es genau geht und so. Das kann alles sein. Das kann ja auch sein, dass seine gelöscht wurden. Vielleicht hatte er tausend gecheatete Monst drauf, die er erstellt hat und dann hat Paum gesagt, ey, weg damit. Das kann ja sein, dass es einen ganz anderen Grund hat. Ich finde es so schade, wenn solche Spiele dann kaputt gehen. Das sind dann aber die Momente, wo ich keinerlei Probleme damit habe, einen gemodden DS zu benutzen. Eben. Eben. Vor allem, wenn Services nicht erstellt werden oder gar nicht erst existieren. Zum Beispiel Gen 3, 4 und 5 existieren halt nicht digital. Wo willst du sie sonst herbekommen? Beziehungsweise, wo willst du sie dann dir bitteschön backuppen, wenn einfach alte Spiele sich mit der Zeit auflösen? Auch aufhören zu funktionieren. Irgendwie musst du ja Spiele backuppen dürfen. Oder müssen. Du musst es ja tun. Sonst hast du ja keine Chance. Deswegen sind ja so Organisationen oder so Webseiten so cool, die sich dazu erkoren haben, die komplette Spielewelt zu archivieren. Ich habe ja auch die TOS überflogen. Die dürfen deine Monster löschen, wenn sie wollen. Ja, natürlich. Sie dürfen halt nicht wollen. Müssen dafür sorgen, dass sie nicht wollen. Wäre das vermutlich einfach demnächst runterladen, damit ich es wieder spielen kann. Nur schade um den Spielstand. Ich würde aber nicht aufgeben. Vielleicht gehst du mal in einen Retro-Laden und fragst, ob du kurz einen DS benutzen darfst, den die haben, um den zu testen. Und dann steckst du dein Spiel rein und schaust, ob da dein Spiel geht. Vielleicht liegt es ja in deinem DS. Vielleicht ist da irgendwas, von dem du nicht weißt, dass es nicht geht. Und wie gesagt, dann würde ich, bevor du es komplett aufgibst, würde ich das Spiel wirklich einmal aufmachen und reinschauen, ob da irgendwas komisch aussieht. Ich meine, es gibt genug YouTube-Videos, die einem erklären, wie man DS-Spiele repariert oder sowas. Das Reparieren ist wahrscheinlich sehr schwierig, weil es winzige, winzige kleine Chipsätze da drauf sind, aber vielleicht ist es ja irgendwas Offensichtliches wie ein krasser, ekliger Popel, der da auf einer Verbindung liegt und dadurch irgendwas stört oder so. Keine Ahnung, ich würde nur nicht so schnell aufgeben. Auf dem DS von deinem Bruder ging es auch nicht. Ah, schade. Ich würde auch nicht so schnell aufgeben, das heißt es lag noch nicht mal offen irgendwo rum also ist klar oxidieren kann es immer weil überall sauerstoff ist aber das heißt es lag noch nicht mal im freien wo die ganze zeit irgendwie staub runterfällt oder sowas und es lag auch noch in der box und ist da von alleine kaputt gegangen technik sollte nicht von alleine kaputt gehen mit zeit nur durch extreme benutzung vielleicht oder wenn du halt irgendwas damit falsch machst aber wenn ich eine uhr oder nicht nur vielleicht aber trotzdem wenn ich etwas ablege irgendwo sollte das nach zehn jahren immer noch funktionieren aus es ist eine batterie dann die natürlich leer geht aber ist noch nicht mal eine batterie drin die leer gehen kann macht für mich keinen sinn dass die dinger kaputt gehen wie soll er denn spielstand erstellen wenn das spiel gar nicht erst gelesen wird aber ja vielleicht würde ein gemoddeter ds den spielstand lesen können warum auch immer was passiert hier warum passiert hier nichts die ds games hatten wohl häufiger das problem dass sie einfach sterben nach einer zeit aber was ist da der technische hintergrund wie soll denn technik kaputt gehen die du nicht benutzt das heißt wenn ich ein ds spiel in ein vakuum einschließe und zehn jahre liegen lasse ist dieses ds spiel einfach kaputt kann nicht sein hallo alle kost losa kost losa kost hallo kost ich reg mich auf das kann nicht sein ich meine ich habe ich habe ich habe n64 spiele die in eindeutlichen wasserschaden hatten wo 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 ich habe hier der eine einer von meinen gamecube gameboy playern hatte maden drin natürlich tote getrocknete maden aber wirklich sau viele das ding hat ich habe das aufgemacht weil das ding hat einfach geraschelt als ich das bewegt habe und die kontakte waren super verrostet und alles das ding funktioniert super und das ding lag wahrscheinlich in irgendeiner zuckersuppe oder sowas oder ein fliegen kam und ihre eier reingelegt haben das ding funktioniert super was hat vakuum mit täglichen nutzen zu tun wie er ich meine ja nur wenn wenn du ein ds spiel in ein vakuum legst wo nicht mal sauerstoff drin ist wo nichts drin ist was dieses spiel beeinflussen kann und jetzt sagt ihr dass ds spiele dafür bekannt sind dass sie von alleine nach einer zeit kaputt gehen dann würde ja dieses ds spiel in einem vakuum mit einer zeit einfach kaputt gehen auf wie soll etwas kaputt gehen was du nicht benutzt ich meine ich verstehe noch nicht mal wie die technik kaputt gehen kann wenn du sie benutzt aber da ist wenigstens irgendetwas drin ich habe letzte woche gen 4 und 5 gespielt nice habe ich schon 5 aus 4 ausgebrütet hallo maja nicht die spiele im allgemeinen aber die gen 6 spiele irgendwie schon was haben die denn in diese gen 6 spiele reingetan so eine kleine so eine kleine bombe die nach zehn jahren einfach explodiert so eine mini so pf so eine kleine zirnkali kapsel ach so gelesen wird schon kann auch wie gesagt über bank auf meine mons auf den spielstand zugreifen kann nur den spielstand auf dem ds nicht laden um weiter zu spielen ach so dann ist dein spielstand korrupiert dann hast du irgendwie diesen spielstand falsch gespeichert oder irgendwas ist halt keine ahnung spiel aufgemacht gespeichert spiel ds ausgemacht spielstand kaputt vielleicht ist dein spielstand einfach kaputt aber halt nicht kaputt genug so dass die pokémon immer noch gelesen werden können dann solltest du wirklich einfach mal gucken ob du ob du den spielstand irgendwie backupen kannst dann alle monst auf bank und spiel löschen ja ich hänge im spitzen am bildschirm hallo marcy ich hatte ein ganzes team was mich gestalkt hat ich komme nicht aus dem spitznamen bildschirm raus ja ich bin zufrieden mit dem spitznamen es gab vor ein paar jahren einen aufschrei weil die gen 3 remakes bei vielen nicht mehr funktionieren die funktionieren aber bei mir noch problemlos die gen 3 remakes also gab es da auch ein problem bei maya gehen auch oras spiele nicht mehr was sind da los ich habe auch noch ein original oras spiel von damals mal gucken vielleicht geht meins auch nicht mehr unverschämt ja ja die spiele gehen mit der zeit in benutzung kaputt aber ich rede davon weil ja flo gemeint hat das spiel lag einfach in einer dose die letzten jahre und wurde nicht angefasst und ist über die jahren von alleine kaputt gegangen das ist ja so wie wenn du es in ein vakuum rein tust und es geht einfach von alleine kaputt aber blöd aber wenn es der spielstand ist dann hast du vielleicht echt einfach falsch gespeichert das letzte mal als es gespielt ist meins funktioniert noch und das spiel es hat dinge erlebt inzwischen kann man die nicht mehr zu gamefreak schicken ich glaube nicht so wir haben alle manafis wir haben was haben wir was haben wir hier was haben wir hier pass mal auf wir haben hier kein shiny kein shiny kein shiny kein shiny vier mehr 44 man geht das schnell kann man den spielstand irgendwie löschen ohne das spiel starten zu müssen ja so wie ich hier da und das spiel lösche ich glaube das ist in gen 6 genauso select b also im titel bildschirm vom spiel drückst du select b hoch ist das bei gen 6 auch select b und hoch irgendwann ändert sich das warum liegt die chance auf shiny manaphy bei 1 zu 8000 nicht bei 1 zu 4000 warum sollte sie bei 1 zu 4000 liegen bist du des wahnsinns weil die chance auf ein shiny allgemein das ist nicht nur bei manaphy so alle pokémon von gen 1 bis gen 5 sind mit einer chance von 1 zu 8192 die chance von 1 zu 4000 wurde erst in gen 6 mit x und y eingeführt wir haben heutzutage sind wir verwöhnt was shiny anbelangt vor gen 6 war das noch 1 zu 8000 das war ganz normal das ist die ganz normale shiny rate das löschen von einem spielstand ist nicht nur mit gemoddetem system möglich was sagst du denn hier das meine ich wir haben vorhin darüber geredet dass sachen oft gesagt werden und dann leute die das einfach glauben dabei kommen leute rein wissen nicht worüber wir reden und du sagst einfach etwas alles gut du hast nur einfach nicht verstanden von was wir gerade reden wir reden einfach nur davon wie kann man einen spielstand löschen in pokémon x dann müssen wir nicht wieder gleich davon anfangen moddet alles moddet als tot cheatet euch die mons herbei god mode let's go konami code chill wir wollen einfach nur start select und hoch drücken cover mode doch lieber wenn das spiel nicht startet dann schon ja aber wie wir gerade geklärt haben bei flo startet das spiel das haben wir falsch verstanden flos spiel startet nur dann wenn er den spielstand laden will sagt das spiel nein das heißt er kann das spiel starten und dann einfach start select b hoch minus drücken und seinen spielstand löschen hallo monkey er schreibt ohne es im ds menü zu öffnen kann man den spielstand irgendwie löschen ohne das spiel starten zu müssen ne eben nicht ich kann es nicht aus dem ds menü starten heißt ich komme nicht in den titelbildschirm wie dann hast du ja doch vorhin was anderes gesagt ok dann sind wir wieder ganz zurück dann ist dein spielstand doch nicht kaputt wieso hast du dann vorhin gesagt doch du kommst ins spiel rein du kannst du den spielstand nicht laden alles verwirrt alles verwirrt eure spiele sind kaputt einigen wir uns darauf aber dann bringt auch ein gemoddeter ds nix wie sollst du denn spielstand von dem spiel runterbringen dass du nicht starten kannst hat er glaube ich nicht gesagt ist jetzt auch egal aber ich scrolle hoch und schaue nach bällchen du hast es geschrieben gelesen wird schon kann auch wie gesagt über bank auf meine monster spielstand zugreifen kann nur den spielstand auf dem ds nicht laden um weiter zu spielen da steht es ist zu beleid also flo alles gut ne ich sag nur weil jetzt alles sagen das hat er nie gesagt doch du hast gesagt ich komm gelesen wird schon kann nur den spielstand auf dem ds nicht laden das heißt für mich du kommst ins spiel aber kannst nicht auf fortsetzen drücken um weiter zu spielen du kannst den spielstand nicht laden hast du geschrieben alles gut alles gut vollkommen egal chill 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 ich sag nur ich ich habe andere sachen nicht gelesen aber ich weiß was ich richtig gelesen habe ich komme nicht mal weit genug dass ich in game den spielstand löschen kann ja 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 das ist doof retro kannst du aufhören tipps zum modden zu geben leute es nervt nicht ich meine modden ist eine sache über die wir schon reden können aber hört auf leuten ein weg zu geben illegal spiel runter zu laden das machen wir hier nicht ich meine ihr könnt das alles selber googeln aber keiner hier soll irgendwie auch nur ansatzweise hshop überhaupt schreiben ok ich kann es nicht anders machen als so jp du bist ein veggie 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 cheater oder ich glaube schon veggie cheater ist logisch oder dass ihr das wort hshop nicht in den mund nehmen solltet wie kann ich bei einer gehackten 3ds pokémon leute googelt vielleicht will ich ja doch irgendwann mal von pokémon gesponsert werden oder sowas aber egal wie kann ich in einem gehackten 3ds pokémon update möchte meine monster von meinem schwarzen karte auf gen 7 übertragen ja google lern kurz bisschen englisch und google wie gesagt gott mode nein auf karte und save files und herunterladen und na 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 ok ich fange jetzt an sorry leute ich fange jetzt an alles zu löschen wenn ihr auch nur irgendwelche gehackten krassen begriffe benutzt wir können über gemodete sachen reden aber hört auf spezifisch über begriffe zu reden die eindeutig benutzt werden um sachen illegal runterzuladen oder benutzt können benutzt werden können um illegal sachen runterzuladen sind sie ja die spiele legalen ohne pokémon sind die mons aus meiner kindheit gefangen ja ja das ist alles gut weil ich vertraue euch dass ihr das alles so richtig macht aber trotzdem reden wir nicht darüber weil 99 prozent der leute benutzen es um illegale sachen damit zu machen ihr frechen hohen söhne da brauchen wir auch nicht über modden reden doch weil modden ist eine komplett legale sache und gott mode nein ist auch legal beudel du hast vollkommen recht habe ich gerade überreagiert aber ja alles was egal ihr wisst ganz genau was ich meine modden ist legal 8 shop nicht legal lang stream sollte leo bis mir die zähne ausfallen also ich habe mein omega rubin nur mit gin gereinigt aber das geht leider immer noch nicht trollst du mich jetzt bitte sag dass du mich trollst wir sind soweit nein das ist mein ernst warum 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 reinigst du dein spiel mit djinn ich habe dir gesagt das habe ich mal gemacht und es ist super dumm das zu machen warum glaubst du warum warum hast du djinn nein alk ist alk oh mein gott ich hätte fast den spielstand gelöscht also fast fast hätte ich dreimal bestätigt etwas zu löschen so hier ich glaube wodka ist sogar noch besser als djinn weil djinn hat doch was ist djinn holunderblüten oder sowas djinn ist glaube ich mehr voller zucker wobei zucker wodka ist voller zucker auch schon mehr 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 more mehr Aber isopropos Fühl ist gar nicht mal so einfach zu bekommen. Zumindest in meinem Land musste ich dafür extra zu so einem Chemie-Website gehen und dann so Sachen ausfüllen und so. Wahrscheinlich ist es in Deutschland einfacher, warum auch immer. Ich glaube, man kann auch in die Apotheke gehen, oder? Apotheke. Okay, Apotheke habe ich nicht probiert. Ich habe auch mal probiert fürs... Okay, warte. Wir sind hier. Ich mache jetzt oben und unten. Wir machen von links nach rechts. Links nach rechts, links nach rechts. Verkauf das da jeden Tag. Apotheke habe ich nicht probiert, aber ich habe mal probiert, um meine Gamecubes zu bleachen, dass die vorne wieder weißer sind. Habe ich halt nach diesem krassen Bleachzeug gesucht und habe zuerst so Haarbleachmittel gekauft. War Schrott, hat null funktioniert. Und dann habe ich halt versucht, wirklich so das Ursprung ohne irgendwelche Stoffe drin zu finden. Und Mann, war das schwer, das einfach zu finden. Da musste ich dann auf irgendeine Chemie-Website gehen. Und die haben das einem dann verkauft, aber aus einem anderen Land rüber geschippt, mit Zoll auch und sowas. Genau. Wasserstoffperoxid irgendwie 9% irgendwas oder 60% irgendwas und sowas. Und genau das zu kriegen war gar nicht so einfach. Tschüss, Master. Ich glaube das Problem war, dass das in Deutschland, das wollte nicht nach Irland geschippt werden. Vielleicht weil es irgendwie sowas ist. Oder es war sackenteuer und dann habe ich es irgendwie hier versucht zu kriegen. Dann musste ich das hier so in dem Liter bestellen. Ich habe einen Liter Isopropropopopop. Ich nehme Stroh 80, das ist fast wie Ethanol. Ja. Mit Cola noch drin, oder? Ist Stroh 80 nicht Cola? Ne, das ist Cola... Cola, wie hieß es? Das gibt es doch als... Stroh 80 mit Cola gibt es doch als ein Getränk, oder? In so einer schwarzen... Whisky... Ist das nicht Whisky-Cola eigentlich? Cola rum? Korn ist mit Cola. Cola-Koan. Ura, ura, ah, 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 sorry. Gestern bei Karpfe immer von Bier gesprochen, hier von Hochprozenting. Jetzt muss ich mir wohl was einschenken. Ich habe gestern das zweite von meinem Sixpack Corona getrunken und es schmeckt einfach nicht. Ich probiere es doch. Doch, äh, ich bin hier und hier bin ich da. Kannst du zum Bombenbau nehmen, darum ist die nur noch bis drei Prozent. Okay, wir chillen jetzt wieder. Wie schafft ihr es jetzt wieder auf ein Thema zu kommen, über das wir nicht reden sollten? Wieso zum Himmelswillen trinkst du freiwillig Corona? Hast du nicht mein neues Video gesehen? Das kann ich doch nicht wegschütten jetzt. Ich habe das Corona-Be-Enerving im Video gekauft. Ja! Was mache ich jetzt damit? Ich konnte nur sechs Stück kaufen. Es wird besser mit einer Limette, das stimmt. Aber ich habe keine Limette. Oh fuck, ich wollte Limetten kaufen. Ich habe vorhin Ingwer gekauft für mein Butter-Chicken heute, aber ich habe Limette vergessen. Na, egal. Es ist halt keine Limette. Äh, ich bin nicht hier, oder? Hier und da. Meine Chicken-Nuggets. Meine Wäsche. Nein. Es gibt schon wieder Butter-Chicken, einmal die Woche. Warum kannst du nicht nur eine kaufen? Was, eine? Ein Corona? Gab es nicht. Gab nur ein Sixpack. Du erwartest doch nicht, dass ich das aus dem Sixpack rausgreife und dann an der Kasse stumpf kriege. Macht ihr das? Das darf man nicht. Das habe ich einmal als Kind gemacht. Beefy. Ich bin als Kind hin. Beefy. Hab ein Beefy abgerissen. Bin zur Kasse hingegangen. Sag dir, kann ich nicht annehmen. Du hast es abgerissen. Das sind sechs Stück. Das ist ein Sechser-Pack. In Deutschland macht jeder einfach die auf und niemand sagt was. Ich weiß, ich habe das in Deutschland mit Getränken auch gemacht. Wobei, nicht diese, also klar, so ein Träger nimmst du einfach raus. Auch wenn der Träger irgendwie vielleicht irgendwas drüber hat oder sowas. Aber du gehst jetzt zu einem, keine Ahnung, Backs schön hier in Papier eingerahmtes Backs Sechser-Pack. Macht es auf. Ihr seid alles. Ihr seid ja, ihr seid ja, äh, Urmenschen. Wie sagt man? Der Pöbel. Knallhart. Papierverschwendung. Darf man bei uns auch? Ich würde mich nicht trauen. Ich, okay, ich, ich schätze, ich, ja, man darf das, ich weiß. Ich habe das, glaube ich, auch. Ich habe das. Also wenn, dann gehe ich nur zu denen hin, die schon angehe, also aufgerissen sind. Weil dann, klar. Aber ich würde niemals, glaube ich, ein komplett schön verpacktes nehmen und aufreißen. So, ich gehe hier gerade sonst wo hin. Wo bin ich? Hier sind die Eier. Okay. Schließlich zahle ich in einem Sechser auch sechsmal Pfand. Beefy ist was anderes. Warum ist Beefy was anderes? Was? Warum ist Beefy was anderes? Warum muss ich ein Sechserpack Beefy kaufen, wenn die auch einfach den Einzelpreis von einer Beefy mir abrechnen können? Ist genau das gleiche. Nur, dass ich bei der Beefy kein Material verschwende. Wobei, ihr verschwendet auch kein Material. Ob man jetzt eins kauft oder einer eins, also ob jetzt alle quasi eins aufmachen oder einer nur eins aufmacht, das Papier ist trotzdem weg. Aber warum soll das ein Unterschied sein bei Beefy? Ach, fuck. Weil bei Beefy nicht jede, wo es ein eigenes Scancode hat? Ja, aber das ist ja nicht mein Problem. Das kann ich ja auch sagen bei Bier, wenn das so wäre. So ist es halt nicht. Aber das kannst du ja bei Bier auch sagen. So, ja, kauf gefälligstes Sechserpack. Ich kann, das gibt es nur im Sechserpack. Ich sage nur, das sollte bei Beefy dann auch möglich sein. Oder bei anderen Sachen, die so in Packs angeboten sind. Oder bei Knoppers. So ein Sechser-Knopperpaar, nehme ich ein Knoppers ab und sage, hier, ich will nur eins. Geht nicht. Warum soll es dann bei Bier schon gehen? Ist alles der gleiche Quatsch. Aber Alkohol wird wieder bevorzugt. Warum soll ich sechs Knoppers kaufen? Warum kann ich nicht die Haribo-Tüte aufmachen und ein Haribo rausnehmen? Hä? Ich will nur ein Haribo-Bären. Ihr könnt auch wohl durch 100 teilen. Bei Knoppers geht's. Niemals geht's bei Knoppers. Ernsthaft? Niemals. Okay, ich will ein Toffee-Fee bloß. Haribo-Beefy kannst du einzeln kaufen an der Kasse für mehr teuer. Warum kennt ihr euch so krass mit Beefy aus? Das war nur ein Beispiel. Seit wann geht das bei Knoppers? Warum geht das überhaupt? Ich finde es vollkommen logisch, wenn der Laden einzelne Bags stehen hat, kannst du einzelne Bags kaufen. Wenn der Laden nur 6er-Packs Bags stehen hat, dann kannst du halt nur 6er-Six-Packs von Bags kaufen. Warum soll ich als Kunde die Verpackung aufreißen und mir eins rausnehmen? Also es ist okay, es ist natürlich gut, dass das geht. Aber warum gebt ihr mir überhaupt diese Entscheidung? Ich fühle mich da schlecht, wenn ich so eine komplett schöne Packung aufreiße und einfach sage, ich nehme nur eins. Vielleicht geht es hier auch. Aber ich würde es mir nicht trauen, weil ihr seid ganz schön... Keine Ahnung. Und dann steht man echt dumm an der Kasse, wenn die dann so denken, was bist du? Kannst nicht mal gescheit irisch. Und dann machst du auch nur unser Corona kaputt. Kunde ist Gast. Weil diese Verpackung bei Bier eine Umverpackung ist. Was? Es sind wie die Leute, die Bananen einfach abreißen von einem komplett wunderschönen Bananenstumpf. Oh, ich will nur eine. Ja, danke. Jetzt habe ich so einen 5er-Bananen-Stock, aber ich will gerne 6. Und was soll ich jetzt? Soll ich jetzt eine wieder woanders abreißen, damit ich 6 Bananen kriege? Hört auf, Bananen von Bananen abzureißen. Geht durch die Bananen durch und sucht die, die für euch perfekt sind, ohne andere kaputt zu machen. Es ärgert mich, es ärgert mich nicht. Aber ist mir gerade eingefallen, dass man das da auch anwenden kann. Dann nimm doch den 6er-Stock daneben. Es gibt keine mehr. Immer wenn ich einkaufen gehe, sind es so verpflückte Dinger. Hier eine, da eine, da eine. Und dann kaufen die Leute ihre Bananenstöcke und tun die bräunste dann abreißen, weil sie ihre wunderschön gelben Bananen oder grünen Bananen haben möchten. Um ja kein bisschen auch nur braune Banane zu essen. Staude, nicht Stock. Das ist ein Stock. Staude. Ich habe aus Versehen die Musik angemacht. Leave Bananas alone. Ich hasse es, Bananen zu scannen, vor allem wenn alle unterschiedlich sind. Warum sind die unterschiedlich? Ist es nicht einfach nach Kilo? Ist es nicht einfach ein Gewicht? Genau, Avari. Es gibt halt verschiedene Produkte. Es gibt das Family Pack und dieses Einzelpack. Warum sollte es bei mir anders sein? Ich meine, ich finde ja gut, dass es bei mir anders ist. Aber warum gibt es dann da die Ausnahme? Warum gibt es das nicht überall? Warum, 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 warum kann ich einfach ein Sixer Pack Becks aufbrechen und eins rausnehmen, aber ich darf bei dem Knoppers nicht eins abbrechen? Weil dann kommen die an der Kasse durcheinander. Ich werde auch nicht vergessen, wie ich hier im Tesco ein Monte genommen habe, aus dem Regal, nicht irgendwo von irgendeinem Storage oder so runter, sondern ich habe ein Monte genommen aus dem Regal, aus dem Kühlregal und dann an der Kasse sagt sie, es taucht nicht auf. Das haben wir nicht im Angebot. Irgendwie so, okay, aber ich habe es hier in der Hand. Ich habe es hier in diesem Laden. Ich bin nicht, ich bin nicht woanders, ich habe nicht woanders das Monte gekauft und komme jetzt hier und will es nochmal kaufen, sondern ich habe das von eurem Tiefregal, Tiefkühlregal, habe ich das rausgenommen, also will ich das jetzt kaufen? So, nee, ist nicht in unserem System drin, kannst du nicht kaufen. Aber mein Monte! Dann habe ich kein Monte gehabt. Und das ist kein schöner Tag, wenn Leo kein Monte kriegt. Aber, da dachte ich mir auch so, hä? Kannst du nicht einfach den Code eingeben? Kannst du nicht einfach, das muss doch irgendwo sein, es steht da. Warum beschwerst du dich, warum du dich dumm, wenn du es gut findest? Ich beschwere dich, dass es nicht einheitlich ist. Einheit, DIN-Formate, wofür ist in Deutschland bekannt? DIN-Formate. Warum darf ich bei Becks einfach eins rausnehmen und keiner beschwert sich, aber wenn ich bei der Beefy eins abreiße, ist alle gleich, oh mein Gott, was hat der getan, das dumme Kind? Hallo JJ. Wenn es nicht drin ist, ist es gratis. Ja, hätte ich sagen können, ah nee, das habe ich mitgebracht. Stimmt, wenn es nicht drin ist, kann ich es einfach mitnehmen. Der Beefy-Dieb. Weil Flaschen reguliert sind und Beefy und Knoppers nicht. Ja, da sieht man es wieder. Säuferland Deutschland. Nee, keine Ahnung, vielleicht geht es hier auch. Aber ich, ich wollte es, ich sehe das hier nie, dass solche Packs oder sowas angebrochen sind. So wasch, so, so Plastik-Wasser-Dinger schon, aber nicht Bier. Was ist Kaito? Klingt so, als hätte dich dieses traumatische Erlebnis in deiner Kindheit nachhaltig geprägt. Ja. Gott sei Dank, Icaro. Ei, 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 da habe ich so Angst vor. Einfach das Manafi zu löschen. Was du nicht darfst, du darfst im Supermarkt nicht den Stängel der Paprika abschneiden. Ja, weil dann ist das Gewicht geringer und dann würdest du ja weniger zahlen. Warum solltest du den Paprika-Stängel abschneiden dürfen im Supermarkt? So schön schon zubereiten einfach, schön kochen und dann damit mit deinem gekochten Essen an die Kasse gehen und sagen, ja, das schaue ich jetzt hier. Jetzt zahle ich. Kaito Kid, geiler Dieb, lustiger Anime. Kenn ich gar nicht. Soll ich ein paar Lieferscheine ändern und dir eine Palette Beefy zukommen lassen? Dann kannst du sie trennen, wie du willst. Ich mag Beefy gar nicht so sehr, ich weiß nur. Ich habe wirklich so Erinnerungen, die ich nie einfach vergessen werde von so Sachen, die mir als Kind peinlich waren. Deswegen, ich bin ja heute immer noch so, dass ich gewisse Sachen nicht mache, weil ich mich einfach fremd schäme oder weil ich mich einfach schäme, das zu machen, wie zum Beispiel nur ein Corona zu nehmen. Also kaufe ich lieber sechs und zwinge die dann runter, obwohl ich sie nicht mag. Einmal war es so schlimm. So schlimm bin ich heutzutage nicht mehr. Aber einmal war ich bei uns in Deutschland im Supermarkt und dann waren keine Bananen mehr da. Und ich wollte, äh, wieder bei Bananen sind wir jetzt wieder. Und ich wollte dann, ich wollte aber eine Banane. Und da waren Bananen nur, ihr wisst ja, wie im Supermarkt oft einfach so halt die Sachen aufeinander gestapelt sind. So auch so Bananen, äh, Kartons. Und der oberste Karton, der zugänglich war für die Kundschaft, war leer. Die da drunter waren aber alle noch voll. Ich war quasi die Person, die jetzt die Aufgabe hatte, den leeren Karton zur Seite zu tun, um die, um an die neuen Bananen zu kommen. Und es liegt nicht daran, dass ich nicht denke, dass ich diesen Job nicht tun sollte. Das meine ich jetzt nicht, das könnte jetzt so klingen. Aber mir ist das dann zu peinlich. Ich trau mich nicht vor Leuten dann, dass den Karton dann wegzutun, der leer ist, um an die neuen Bananen zu kommen. Also bin ich wieder gegangen, ohne Bananen zu kaufen. Das ist mir schon, da ist schon die Grenze meiner Scham angereicht. Obwohl, warum sollte ich mich, heutzutage mache ich das. Aber da müssen in meiner Kindheit oder Teenager da sein, war das schon mir zu peinlich. Weil es könnte ja, es könnte ja einer von den, von der Staff herkommen und sagen, was machst du da? Hör auf! Die Bananen sind nicht da für dich. Die müssen zugänglich sein, die sind nicht zugänglich. Also warum holst du sie dir? Es tut mir leid, ich wollte doch nur das Beefy. Das schränkt einen schon ein im Leben, aber inzwischen bin ich nicht mehr so krass. So, warte, ich komm nicht. Es gab heutzutage so viele dreistere Leute. Eben. Und ich bin ins andere Extrem. Ich will null auffallen irgendwie. Und deswegen versuche ich mich so gut einzugliedern in alle Systeme, die existieren, wie nur geht. Wer oder was fühlt sich hart an? Du. Immer du. Ich würde zum Beispiel auch nie zu den Bananen hingehen und einfach die Hälfte der Bananen von der Staude abbrechen, damit ich nur die guten Bananen habe. Keine Ahnung, das ist mir peinlich. Ich will das nicht machen. Ich will mich im System eingliedern und sagen, hey, ich bin zu dem Zeitpunkt da und das sind die Bananen, die ich kaufen kann, also kaufe ich eine von diesen Bananen. Und da breche ich keine ab, die mir nicht gefallen oder mache irgendwas, sondern das System ist so und es ist gut und es passt. Also nehme ich, ich will nicht egoistisch sein und dann sagen, okay, ich nehme nur die guten und dann sollen halt die restlichen Leute nur noch die schlechten kriegen. Nein, ich nehme ein paar gute und ein paar schlechte. Keine Ahnung. Schränkt sehr ein, wenn man so denkt, aber irgendwie bin ich da. Vielleicht ist das wirklich aus meiner Kindheit, dass mir so Sachen mit dem Beefy passiert sind, dass das so mich als Kind so geprägt hat, dass dann so jemand an der Kasse gesagt hat, was hast du gemacht? Du kannst es nicht einfach abreißen. Das hat mich vielleicht so geprägt als kleines Kind, dass ich ab dann immer probiert habe, dass das ja nicht nochmal passiert. Warum bin ich hier lang gegangen? Oh mein Gott. Wo bin ich? Ah, ich kann schon laufen. Nein. Dann lieber vier Bananen kaufen, wovon du vier wegwerfen kannst? Nee, weil ich esse auch die, die kacke sind. Ich würde nix kaufen, was ich nicht esse. Wir schmeißen so gut wie nie was weg. Warum laufe ich hier lang? Äh. Ich meine, manche Leute nehmen sich halt das Beste von allem, was geht und haben dann sechs perfekte Bananen. Ich nehme halt dann eine Staude, wo zwei gute Bananen dran sind und vier schlechte Bananen. Ich esse aber auch die schlechten Bananen. Ich esse alles. Du, was ich für vergammelte Bananen esse. Das ist so, Bananen kann man essen, obwohl das ganze Ding braun ist. Vor allem, wenn du sie einfach in den Mixer rein tust, dann machst du dir einen geilen Milchshake. Dann schmeckst du sie sogar, dann sind sie sogar, genau dann solltest du sie benutzen. So richtig braune Bananen sind für einen Milchshake so viel besser als gelbe Bananen. Für einen Bananenshake. Letztens habe ich aus Versehen Orangen gekauft, die schon ein bisschen zu angedatscht waren. Und auch da habe ich das faule Ding einfach weggeschmissen und den Rest gegessen. Und dann hatte ich drei Tage Bauchschmerzen. Hey, nein, hatte ich nicht. Als Diabetiker machst du riesen Bogen um Bananen? Echt? Ich dachte, Bananen sind eigentlich das einzige Obst, was keine Fruktose hat. Musst du deswegen einen Bogen drum machen, weil es keine Fruktose hat? Ich dachte, du musst einen Bogen drum machen, um Sachen, die Zucker haben. Aber Bananen haben doch null Zucker. Also zumindest keine Fruktose. Ich kenne jemanden, die ist Fruktoseintolerant und Bananen ist das einzige, was sie essen kann. Jede andere Frucht hat Fruktose. Bananen haben Zucker, aber keine Fruktose. Echt? Bananen haben Zucker? Ich dachte, Fruktose ist quasi Zucker. Halt in Früchten. Zucker im Sinne von... Okay, Zucker im Sinne von Kohlydraten. Kohlydrate sind auch Zucker. Ja, okay, 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 okay. Fruktose aber nicht. Okay, 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 okay. War doch nicht so falsch, was ich gesagt habe. Twitch-Werbung ist ja brutal nervig inzwischen. Twitch-Turbo. Twitch-Turbo. Du willst jetzt Bananen-Milch-Shake? Ey, was ein Haushalt immer haben muss, ist Bananen. Bananen brauchen auch ewig, bis sie schlecht werden. Wir haben immer Bananen. Ich habe kein Turbon schon ewig bei keinem Streamer mehr Werbung gesehen. Vielleicht, weil du jeden Streamer, den du guckst, abonniert hast. Fruktose ist nicht mal schlecht. Die Fasern, die der Körper runterbrechen muss, gleichen den Zucker halt schon aus. Okay. Echt, umso reifer die Bananen sind, desto mehr Zucker haben sie. Du willst mir sagen, Zucker stellen von sich aus neun Zucker her? Ey, Bananen stellen von sich aus neun Zucker her. Maury, du bist ein Tentacha. Zerberus, du bist ein wunderschönes Kitagami. Kitagami? Kitagami, glaube ich. So, wo sind wir? Hier. Äh, so, da, was? Hier. Hoch. Ja, braune Bananen sind wie ein selbst wachsender Zuckerberg. Vielleicht nehme ich deswegen nicht ab. Ich habe mit Bananen super gut abnehmen können. Bananen dürfen die nicht, ist gefährlich. Ach, die Wellensittiche dürfen deine Bananen nicht essen. Okay. Kommt gar kein Pokémon. Habe ich hier schon vier? Und tatsächlich. Okay, die nächsten vier. Wir haben. Kein Shiny. Kein Shiny. Kein Shiny. Kein Shiny. Okay. 48. Jetzt nehmen wir es wieder so in die Hand. Machen das hoch. Was soll Leo tun? Ich weiß es nicht. Wie er schließt sich nach wie vor nicht, warum vier besser sind als fünf? Manafis? Das haben wir doch gesagt. Das haben wir doch erklärt. Du, ich würde auch gern fünf machen. Fünf ist besser als vier. Außer vielleicht bei Noten damals. Schlimme Zeit. Schlimme Zeit. Fünf ist besser als vier. Aber das Spiel zwingt mich vier zu benutzen, weil du kannst nicht fünf haben. In Gen 4 musst du immer zwei Pokémon im Team haben, wenn du tauscht. Ich kann nicht fünf Pokémon tauschen. Ich meine, ich könnte rausgehen aus dem ganzen Tauschprozess. Ein neues Manafiei holen und wieder reintun und wieder den Tauschprozess starten und das fünfte nochmal tauschen. Und dann auch beim anderen quasi neu starten, um eins empfangen zu können und so weiter. Wo hast du die Eier her? Pokémon Ranger. Warum machst du eigentlich zwei Eier auf einmal oder ist das nicht möglich? Warum machst du eigentlich zwei Eier auf einmal? Warum mache ich nicht zwei Eier auf einmal? Wie soll ich zwei Eier auf einmal machen? Man kann... Ich habe vier Eier. Was meinst du mit zwei Eiern? Deine Fusion. Was hast du gemacht? Die Fusion von Beast ist... Jetzt sehe ich nichts mehr. Oh, okay. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Was haben wir hier? Wir haben Retro mit einem... Blip. Blip. Ich finde, Leo sollte mit vier Systemen gleichzeitig handeln und acht Eier auf einmal brüten. Auch das ist falsch, Mauri. Auch das ist falsch. Um vier Eier zu brüten, brauchst du drei Systeme. Warum sollte ich doppelt so viele Systeme brauchen? Wenn ich... ...nur ein System brauche, wo ich sie hinschicke. Man macht's mit drei Systemen, wenn man acht Eier hat. Fünf Pokémon kannst du tauschen, aber nicht fünf Eier, da das Spiel davon ausgeht, dass du das letzte Pokémon gegen ein weiteres Ei tauschen könntest. Ja, 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 ja. Die haben sich da schon Gedanken gemacht, damit die Spiele ja nicht gesoftlockt werden können. Das bei... Warum bleibt das nicht drin? Achso. Äh, das geilste Beispiel dafür ist echt das Tentacher, was man kriegen kann in Gen 2 auf der... ...auf der Insel. Weil du könntest ja deinem Pokémon Surfer entlernen. Und dadurch gibt es dort ein Pokémon, das du geschenkt kriegst, damit du Surfer hast. Lugiga. Weil du jeweils zwei neue Spielstände brauchst? Nee. Flo, du bist ein... Äh, äh, Aniga. Wie heißt das? Äh... Äh. Der Tentacher. Anigo. Das Tentacher, was man nach 10 oder 20 Jahren erst gefunden wurde... Ich glaube in Shiny gefunden wurde, weil dann hat man herausgefunden, dass man das Shiny handeln kann, dieses Tentacher. Ich glaube, dass es existiert, das wussten die Leute schon, oder? Kann sein, dass die Existenz allein auch niemand wusste. Äh, äh... Skip, du bist ein Scherrfax. Ich brauche drei Systeme, weil äh, äh, du... Wie war das? Wie ist der Vorgang mit acht Eiern? Wie ist der Vorg... Was? Ich bin tot! Nein, 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 nein. Wie kann ich denn schon tot sein? Was habe ich für ein Pech? Krass. Grüße soll ich ausrichten? Danke. Wärst du dann acht Eier gleichzeitig im Team? Hast du nicht. Ich weiß, dass es drei sind. Ich muss auch nur gerade überlegen, wie das nochmal war. Ähm... Du hast ein System, auf dem du immer einen neuen Spielstand startest. Auf den anderen beiden Systemen... Auf den anderen beiden Systemen hast du vier Eier jeweils. Die du ausbrütest. Dann spielst du ein Spiel durch. Überträgst die vier Eier auf das Spiel. Dann spielst du das andere Spiel durch, wo die vier Eier hergekommen sind. Während du auf dem anderen DS die neuen, die anderen acht Eier erhältst. Ne, wie rum war das jetzt? Dann muss man ja nervig zur Box. Ergo sind vier Systeme besser. Ne, musst du nicht. Warum sollst du zur Box? Äh... Ich komme durcheinander. Ich weiß nicht mehr, was ich hier gerade machen soll. Warum bleibt dieses Ding nicht drin? Ach, das ist ein neuer Starreli. Okay. Es ist ein Ringlauf. Ne, es ist immer ein Ringlauf. Oh, es ist ein größerer Ring, weil du drei Systeme hast. DS1 Eier, D2 Eier, DS3 neue Speicherstand, D1 neue Speicherstand, D2 Eier, D3 Eier. Genau, du machst quasi einen Kreis, nur mit drei Systemen. Es ist genau das gleiche, nur dass du einen Kreis machst mit drei Systemen anstatt zwei. Also wenn dein Starter stirbt, hat man echt ein Problem. So, Heppens hat 83 und 93. Ich glaube, das ist eines der besten, die wir jemals hatten. Das ist eines der besten, die wir jemals hatten. Ist das irgendeine Anspielung auf Darkwind Duck oder sowas? Das sieht aus wie Darkwind oder Donald Duck oder irgendwas. Das muss doch irgendeine Anspielung sein. Mega gut. Wusstest du, dass das passiert? Kanntest du das? Großartig. Genau, wie Hikaru schreibt. Stimmt, man kann einfach das Saarland machen. Ja, dann geht das mit drei Systemen. Das Saarland machen? Meine Resets dauern so lang. Wir haben Pummeluf mit einem Rizeros. Das erste Pokémon, das jemals existiert hat. Rizeros. Das wusste dir. Wusste dir, oder? Wusste dir. So. 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 Ich bin noch vor Rihorn Ei. Ja, weil das erste, was gezeichnet wurde, war kein Rihorn Ei, sondern ein Rizeros Ei, sondern ein Rihorn Ei, sondern ein Rizeros. Domi, du bist ein E-Liquid. Ich werde nächsten Monaten Vierer-Circles versuchen. E-Manafi. Vierer-Circles? Das heißt, du hast zwölf Eier? Bist du des Wahnsinns? Das sind auch die Statuen in der ersten Generation? Genau. Die Rizeros-Statuen. Okay, wir fangen hier oben an, wir machen von rechts nach links. Wir fangen hier oben an, wir fangen hier unten an. Vier Eier und vier Spiele? What? Achso, wie, was? Das heißt, du spielst drei Spiele durch und überträgst dann die vier Eier auf die drei Spiele direkt hintereinander. Somit sparst du Zeit, weil du drei Spiele gleichzeitig spielen kannst. Meinst du so? Weil man braucht ja nicht mehr Eier, man braucht mehr Spiele. Vierer-Circles hat die 53 und 124. In Gen 1 gab's keine Eier, nee. Äh, hier. Joa, mei, ne? Snusana. Snusana. Süßes Kätzchen? Joa, mei, ne? Joa, mei, ne? Passt schon. Muss nicht sein. Hat jetzt Rosana nicht besser gemacht. Gibt hässlichere Pokémon. Ist halt mit. Sollte 53 Enton sein, was den Buddy gibt? Anscheinend hast du dich um eins vertan und Snobili-Cut gemacht, weil es ist ein Mauzi, Snobili-Cut, Enton, Enteron. Oder andersrum? Gibt's etwas, das Rosana besser macht? Ähm. Draco Meteor von Dialga. Dann ist es weg. Mauzi ist 52, weil Pikachu ist 25. Sehr gut. Ist nicht wirklich eine Fusion? Stimmt, das ist einfach ein Snobili-Cut, was ein Rosana-Kleid angezogen hat. Das ist ein Cosplay. Das war keine Fusion, das war ein Cosplay. Du hast gern Tentache an Anego getestet. Kannst ja mal online schauen, ob es das überhaupt gibt. Draco Meteor von Dialga in your face. Genau. Ich mach das schon seit 2 Stunden 40. Oh Gott. Kommt schon. Das krasseste Glück. Wir brauchen aber das krasseste Glück. Bye, Maja. Gibt es viele Leute, die beweisen konnten, dass sie ein Shiny Manafi ohne Cheat bekommen haben? Oder hält sich das echt in Grenzen? Du meinst, ob es viele Leute gibt, die das hier richtig gemacht haben, wie ich jetzt gerade? Es gibt genug YouTube-Videos, wie Leute das kriegen, ja. Goldenes Glück für Leo. Ich glaube, der goldene Kappa hat uns Pech gebracht. Glück für die Geldbörse. Pech fürs Shiny-Shiny-Shiny-Shiny-Lack. Vielleicht. Tiergarten. Ich sage immer Tierpark. Tiergarten, Tierpark. Gibt es einen Unterschied zwischen Tierpark und Tiergarten? Hellerbrunn, München ist sehr schön. Ich habe immer gesagt, der Tierpark in München ist der beste, ohne in vielen gewesen zu sein. Und dann war ich in dem in Dublin. Und oh mein Gott, ist der Münchner Tierpark scheiße. Im Vergleich zu Dublin. Muss ich eigentlich den Tausch hier irgendwie abbrechen? Kann ich nicht einfach direkt resetten und dadurch rausfliegen? Das probiere ich mal. Hier habe ich nicht die Eier. Das heißt, hier gehe ich raus. Dann habe ich hier einen Verbindungsfehler und muss nicht durch diesen ganzen Dreck und verlasse direkt den... Ich bin hier. Okay. Ist nicht so viel schneller. Hier Garten ist Bezirk in Berlin. Tierpark, sowas wie ein Zoo mit 5 Gehegen. Ein paar mehr. Eier sind nicht weg. Die sind hier. Alles gut. Eier geklont. Wir haben einen Glitch gefunden. Zoo sagt man ja auch. Wir waren da noch nicht, deshalb freuen wir uns schon sehr. Und ich glaube, zwischen Garten und Park Zoo gibt es bestimmt einen Unterschied. Zoo. Nee, München ist schön. Ich war mal in Rom. Das war sehr traurig. Das war einfach nur Zement. China war überraschend gut. Aber hier in Dublin ist echt krass. Das ist ein Urwald. Du gehst durch einen Urwald durch. Du hast das Gefühl, der Park ist gar nicht da. Ein Tierpark ist ein Park mit Tieren und ein Zoo sind viele kleinere Gehege. Ah, okay. Hallo Kira. Ich kann die Pokéfusion nicht einlösen. Da steht, dass ich nicht genug Punkte habe. Ja, ne. Danach steht da, dass die Belohnung nicht vorrätig ist. Ja, dann hast du ja. Und dann weißt du ja, woran es liegt. Happens hat eine Fusion gemacht hier. Okay. Wir nennen es einfach nur anstatt Muck, nennen wir es Suck. Ich habe hier noch nicht gelöscht. Aber Happens konnte es ja einlösen. Richtig. Und deswegen kannst du es jetzt nicht einlösen. Lutschi. Lutschi. Sieht aus wie eine fette Schnecke. Hast du schon mal eine Schnecke gesehen mit diesem wunderschönen Mund? Dankeschön, Dankeschön, Leon. Hallo. Vor zwei Minuten kam übrigens ein Sub, den ich nicht bedankt habe. Mina, vielen Dank für dein Prime. Dankeschön. Leon raided zu Leo. Yep. Hallo, Leon. Hallo, hallo. Ich glaube, Leon hat nie das Problem, Leo genannt zu werden. Weil irgendwie die Menschheit darauf erpicht ist, jeden Leon zu nennen, der auch nur mit L anfängt. Leon, du hast den anerkannten Namen. Hallo, du hast das Problem gar nicht. Schau, wie komisch ist das? Alle denken immer nur, nur der Name Leon existiert. Warum sollte der Name Leon nicht existieren? Dankeschön. Dankeschön für den Raid. Habt ihr was Schönes gemacht heute? Wir suchen Shiny Manafi. Das ist ein langer Prozess, der mich jetzt schon fertig macht. Aber was tut man nicht alles für nichts? Leo, so selten der Name. Ja, total. Mina, du bist ein Gold King. Kira, du bist ein Pupanze, Pupanze. Und Andi, du bist ein Granbull. Nein, nein, nicht so. Drück auf den Touchscreen. Ja, Professor Schleich. Leon hat einfach kein Durchhaltevermögen. Ja. Marco, hallo. Hallo, Simi. Gibt's nicht, das heißt Leonard. Ich? Schau, ich beweise euch, dass ich Leo heiße. Leo. Tada. Da ist ja gar kein Platin. Woher willst du das wissen? Jetzt steht da, du hast die maximal verfügbare Anfragezahl erreicht. Beim nächsten Stream füllen wir wieder auf. Ja, Kalrus. Das steht doch alles da. Das ist doch das Schöne. Es steht doch alles da, was Sache ist. Du bist zu spät. Du warst zu langsam. Pech gehabt. Nächstes Mal. Bei Platin ist der Hintergrund mehr Platinbraun. Oha. Okay. Da ist heute mögliches. Du bist in der falschen Kategorie. Mach den Kack. Schau, deswegen. Deswegen. Du benutzt Kappa falsch. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Bestes Beispiel. Dankeschön. Warum ist Kappa gebannt? Weil jeder Kappa falsch benutzt. Du benutzt Kappa im Sinne von, ich verarsch dich. Kappa soll aber Sarkasten, der nicht Ironie ausdrücken. Und nicht, ich verarsch dich einfach, aber bitte sei nicht böse auf mich. Ich habe Kappa geschrieben. Und genau deswegen ist der Dreck hier gebannt. Und du hast noch nicht mal einen goldenen Kappa. Nur goldene Kappas erlaubt. Da. Nur goldene Kappas. Wie geht das? Auch hier Kallriss, du bist zu spät, zu langsam. Goldenes Kappa verpasst. Wusstet ihr eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeit Drillinge zu bekommen 1 zu 7000 ist? Das muss man mal sacken lassen als Shiny Hunter. Ja, aber wie oft musst du ein Kind gebären, um die 1 zu 7000 zu schaffen? Dafür gesehen ist es schon krass, dass es so viele Zwillinge gibt überhaupt. Reden wir von Ein-Eich. Hast du Ein-Eich geschrieben? Drillinge, achso. Ein-Ei-ige Drillinge? Gibt es nur Ein-Ei-ige Drillinge? Ne, oder? Geht auch beides. Heppens jetzt, jetzt flext Heppens einfach nur, ne? Jetzt macht er wieder Pokéfusion. Warum kann Heppens das immer noch machen? Du bist ein Drilling-Kind, dein Ernst. Aber nicht Ein-Eich, oder? Das heißt, du bist 1 zu 7000. Und kriegst nicht mal ein Ho-Oh. Ähm, warte. Ich muss zuerst irgendwo hin, wo Text ist. Das ist schade, Flo. Die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr zu sterben, ist 1 zu 8000. Selbst das ist wahrscheinlicher als ein Full-Out-Shiny. Moment mal, es ist wahrscheinlicher. Erstmal, wo kommen diese Wahrscheinlichkeiten her? Aber gut, das kann man gut nachführen, gut, gut messen. Äh. Wie zum Teufel ist es wahrscheinlicher, Drillinge zu bekommen, als im Straßenverkehr drauf zu gehen? Hä? Es gibt doch so viel mehr Straßen und Fälle als Drillinge. Was? Kann nicht sein. Das hast du auf TikTok gehört, oder? Marco, woher hast du das? Wir haben die 79 und die 58. Google? Ah ja. Das ist süß. Das ist süß. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr süß. Das nehmen wir, oder? Wohin nehmen wir es? Vor allem, das ist so dieser perfekte Übergang von der Schnute von Fleckmond zu dem Fell von von, von, von Fucano. Es passt so gut. Fleckano. So gut. Das ist viel zu süß. Nichts auf die Schlachtbank. Das ist viel zu süß. Es fehlt nur noch ein bisschen Senf. Das ist... Galaflecano. Okay, aber du hast ein Backup-Safe gemacht. Ja, dann sollst du auf jeden Fall den Backup-Safe auf die digitale Version drauf machen können. Das Bisasam aus dem Wish-Video, was ich gekauft habe, das steht bei uns auf der Terrasse zwischen Blumen, die vom Winter komplett kaputt gegangen sind, aber da steht es und schreit ganz leise vor sich hin, schreit leise. Kill me. Kill me. Hallo Alexander. Ja, mit deinem Blick, wenn du deinen Dienstplan für diesen Monat gesehen hast. Dann passt die Optik des Gebiets zu der Figur. Hallo? Oh. Ein paar Blumen sind schon krass am Blühen. Ein paar Blumen haben den Winter nicht überlebt. Ein paar Pflanzen. Der Dienstplan ist echt mies. Willst du uns verraten, wie ein mieser Dienstplan aussieht? Elf Uhr aufstehen. Nachts. Können wir irgendwie Glücksspiel machen? So richtiges Glücksspiel, dass ihr darauf wetten könnt, wann das meiner Vieh kommt. So ein Bereich, aber auch die genaue Zahl. Und je nachdem sind die Odds natürlich anders. Also die Gewinnrate oder wie sagt man das bei Glücksspiel? Der Erlös, was man bekommt, je nachdem. Mit echtem Geld. Also könnte ich, ich meine ich wahrscheinlich nicht, weil ich ja der bin, der es steuert. Aber könnte ich einfach zum Beispiel sowas auf Bit24 oder wie heißen diese ganzen Dreckseiten? Könnte da jetzt jemand diesen Spiel, diesen Stream reinstellen? Also man kann ja auf alles wetten, was existiert. Man kann ja auch darauf wetten, ob Trump Präsident wird und sowas. Man kann ja auf alles wetten. Könnte jetzt irgendjemand meinen Stream auf, wie auch immer das heißt, draufstellen? Und dann könnte man darauf wetten? Geh zur Seite. Geh zur Seite. Theoretisch ja. Lass mal machen. Aber ich darf nicht mitmachen. Eigentlich dürfte ich mitmachen, solange ich beweise, dass ich nichts gezinkt habe. Warum soll ich nicht mitmachen dürfen? Weil ich kann es ja nicht kontrollieren, ob es kommt. Ist nicht verifiziert. Also kann man doch nicht auf alles wetten. Das heißt, man kann auf den Münzwurf am Anfang von einem Fußballspiel wetten, aber nicht darauf, dass ich Manafi bei Nummer 223 kriege. Ich meine, die Quote wäre krank. Schmeißen wir alle einen GBA-SP in den Pott? Ich könnte noch ein paar gebrauchen. Warum? Warum? Hör auf. Du bist doch süchtig. Du bist doch süchtig. Willst du am Ende jedes GBA-Modell besitzen, das existiert? Hast du die nicht schon alle? So viel gibt es doch nicht, oder? Ja, eben, die Vorstellung, in so einer Sportsbar mit Wetten zuzuschauen beim Shiny-Hunden. Ja. Ich meine... Spannend. Ich konnte damals die Slif Company Silvescope Dings, konnte ich damals blind einfach, als Kind. Ich hatte das Lösungsbuch, habe mir den Weg so krass eingeprägt und dann wusste ich den perfekten Weg und ich habe das so oft gemacht. Und dann, als ich es wieder gespielt habe, habe ich versucht mich daran zu erinnern, was der perfekte Weg ist und ich habe es fast hingekriegt. Ich bin ein paar Mal falsch abgewogen. Ich bin ein paar Mal für einen... Schön bei einem Guinness. Dann immer so... Oh, oh, ah! So bei jedem Schlümpfer. Komm schon, Schiri, was machst du da? Schreien sie den Bildschirm an. Komm schon, mach Papa glücklich. Und dann extra Punkte, extra Quote für ein wildes Shiny, dass es kommt. So jetzt hier zum Beispiel. Wir haben schon vier Manafis. Nummer 49, nicht Shiny. Nummer 50, nicht Shiny. Nummer 51, nicht Shiny. Nummer 52, nicht Shiny. Direkt Spiel. Vier mehr. Dann machen wir jetzt das hier. So. Wie das Publikum bei WeSport. Hebbens, wie ist eigentlich dein neuer Job? Bist du glücklich? Hebbens wurde befördert. Also was heißt neuer Job? Bist du zufrieden damit? Andere Verantwortung zu haben. Mehr zu arbeiten. Eine Raunen geht durch Stadion. Und geht's mit Entei weiter? Irgendwann. Nicht diesen Monat, glaube ich. Du resettest Labras in Gen 1? Boah. Willst du die Wahrheit hören? Nein. Was? Ja. Hast du's? Du hast es. Warum hast du es? Weil du Kontakt zu Kunden hast. Du suchst ein weibliches Shiny Labras sogar. Geht das überhaupt? Sicher, dass da die IVs überhaupt, dass es die Kombi gibt? Die Kunden sind halt in der Regel dumm. In der Regel. Heute Abend auch Shiny Palker weiterhanden. In BDSP? Oder wo? Ich denke mir immer, so wie wir, keine Ahnung, Leute im Verkehr nicht mögen, weil wir denken, boah, wie kannst du so dumm sein? Oder im Alltag oder im Einkaufsladen oder sowas. Ich bin mir so 100% sicher, dass es schon sehr oft Situationen in unserem Leben gab, wo jemand das über dich gedacht hat. Zu Recht aber auch dann. Keine Ahnung. Irgendwann macht man immer dumme Sachen, ohne sich bewusst zu sein, wie also das gerade ist. Oder was auch immer. Und du erwischst halt mehrmals am Tag Leute, die ihren dummen Moment haben. Natürlich, dann isst man ja der Kunde. Ja, 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 ja. Leo findet uns dumm. Das muss ich nicht verheimlichen. Nee, macht auf jeden Fall noch Spaß. Hab jetzt immerhin mehr Abwechslung. Aber das 2 Stunden Kassensitzen tut mir echt weh, als 8 Stunden rumzulaufen. Echtes Sitzen tut dir mehr weh, als 8 Stunden rumlaufen. Was soll ich da sagen? Ich sitze hier 4 Stunden am Stück und ich mag es lieber, als zu stehen. Ja, aber Laufen ist nochmal besser als Stehen. Stehen ist das Schlimmste. Dann kommt die ganze Zeit Sitzen und sich die ganze Zeit irgendwie bewegen. Ja, wobei, irgendwann sind die Füße auch im Arsch. Nur mit Kundensituationen hat man immer. Ich warte nur auf den Moment, wo ich einen Diebstahl sehe und ich mich auf denjenigen schmeiße. Musst du das? Das musst du doch nicht machen, oder? Kannst du nicht die Verantwortung haben, dass du jemanden physisch daran hindern musst, etwas zu klauen, oder? Nein, klau das nicht. Nein, nein, lauf nicht weg. Oh, okay. Ich versuchte es. Indirechtlich dürfen wir das gar nicht eben so außen nocken. Happens zieht das Samurai-Schwert aus der Tasche, das er immer dabei hat. Pepperspray. Leute, macht das nicht. Alles illegal. Da wird die Tür verriegelt. Sowieso in so Schmuckläden, wo dann alles so runterkommt. Stockdunkel. Rotes Licht. Jemand hat ein Knoppers geklaut. Dann kommt so eine Kuppel auf den Dieb runter, wo dann so Betäubungsspray rein gesprüht wird. Also, Knoppers. Worth it. Während dem Knoppers essen so. Schläft er langsam ein. Schnell die Beweise vernichten. Wetten, das war so ein YouTuber, der so ein Beefy klauen wollte? Ne, der hat es nicht mal geklaut. Der hat einfach nur, der kam mit einem Beefy an und hat die Kasse gesagt, was soll ich denn damit? Das ist Diebstahl. Sie müssen das Komplette kaufen. Und dann drückt er auf den Knopf. Dann so ein Verfolgungslicht, genau. So ein Helikopter, der im Laden reinkommt. Im Laden drüber fliegt. So ein Spielzeughelikopter mit so einem krassen Flutlicht. Okay, wir haben alles. Wir können wieder von vorne anfangen. Also, dir gefällt's. Aber ja, mehr Verantwortung heißt meiden. Also, mehr Geld, mehr Verantwortung heißt meiden. Meistens auch mehr Sachen, die einem potenziell nicht gefallen können. Das Problem, mehr Verantwortung, mehr Arbeit. Deswegen ist es ja so kacke, CEO zu sein. Deswegen will es ja keiner sein. Oder die wenigsten sind dafür gemacht, CEO zu sein. Von Facebook oder was auch immer. Die Verantwortung. Oder Politiker zu sein. Bam, bam, bam. Hallo. Von wo nach wo. Was hören wir nun? Wir hören Sam Midnight. Tausch. Ja. Ja. Hier fangen wir oben an. Das heißt, ich mach sie von links nach rechts. Von links nach rechts. Von links nach rechts. Ich hab hier auch im Verkauf mal gearbeitet und das Schlimmste da waren nicht die Kunden, sondern die doppelt so alten Arschgrabs, Arschgrabsuchenden KollegInnen. Arschgrabsuchenden? Arschgrabsuchenden. Die haben gesucht, deinen Arsch zu grabben. Error beschwert sich, dass er beliebt war. Nein. Arschgrabschenden. Denn ich glaub, das ist aber ein besonderes Problem, das du hattest, oder? Ich glaub nicht, dass das allgemeine Problem für im Verkauf zu arbeiten ist, dass du von Kolleginnen angegrabscht wirst. Also, hoff ich. War höchst unangenehm, glaub ich. Das ist bestimmt sehr nervig. Aber da musst du zu HR und sagen, es kann so nicht weitergehen. Ich bin doch kein Stück Fleisch hier. Und dann werden alle gefeuert wegen dir. Also jetzt ernst gemeint. Also es muss ja irgendwie eskaliert werden. Kann ja nicht weitergehen so. Ich dachte immer, CEO ist nur Arbeit, denn qualifizierte Leute delegieren. Ja, aber du bist an allem schuld. Wenn der Delegierte was falsch macht, bist du dann schuld. Weil du die Verantwortung hast. Natürlich kannst du die Schuld dann weitergeben. Aber in der Öffentlichkeit bist du der, der alles verkackt. Ich will keins. Ich meine, ich bin CEO von Leos Mind. Aber ich glaube, solange man keine Mitarbeiter hat oder solange man keine Arbeiter hat, Mitarbeiter hat, kann man jetzt nicht von großer Verantwortung reden. Ich bin der Abgedüßte der Weihnachtszeit. Gut. Wie läuft die Firma? Wir gehen von links nach rechts, habe ich gesagt, oder? Jetzt ist immer der Moment, wo es schwierig wird, was? Wir gehen von links nach rechts. Also so, so. Äh, ja, ne? Ja, 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 genau. Gott, warum ist das so? Es ist so verwirrend, weil man denkt, dann habe ich links nach rechts gedacht? Oder denke ich gerade aus Versehen das Gegenteil? Und es ist recht. Oder einfach wie Ubisoft CEO dann die Schuld auf die unteren Schild schieben und die dann feuern? Ja. Wir haben das Problem gefunden. Es war diese eine Person. Es kann ja auch sein, ne? Aber trotzdem bist du halt verantwortlich für alles. Du hast die eine Person beauftragt, du hast die eine Person eingestellt, du hast sie, was nicht alles. Planst du, was Leos meint, eine AG zu machen? Ja. Ab wann kann man ja einfach eigentlich eine AG gründen? Man muss doch einen Mindestumsatz haben, oder? Ab wann kann man eine AG machen? Ich meine, davor wäre erst mal GmbH. Äh, von links nach rechts. Also ist es das hier und das hier. Eine SE, weil international. Bye, Beast. Wann kann man eine AG gründen? Es gibt riesige Unternehmen, die keine AG sind. So viele, ich meine, sind nicht sacken viele Spieleentwickler keine AG. Ich meine, meistens sind die halt irgendwie unter dem Dach von was riesigem, wie irgendwie was 2K. Man denkt immer Rockstar ist Rockstar, aber Rockstar ist auch nur ein Teil von 2K. Und 2K ist an der Aktie. Ähm, es gibt riesige Unternehmen, von denen man denken würde, sie sind eine Aktion, also nicht, nicht mal ansatzweise. Also unsere Firma wurde im März 23 direkt als AG gegründet. Aber du musst doch dann, also du musst halt dann Leute deine Firma kaufen lassen. Oder? Also ich kann ja nicht sagen, ich bin eine AG, aber sagt dann, ja, aber ihr dürft nichts kaufen. Alles gehört mir. Oder kann ich eine AG sein, wo 100% dem Leopold gehört? Ich verkaufe halt nicht, aber ich bin eine AG. Ihr könnt mir Angebote machen, aber ich sage halt immer nein. Aber irgendwann sage ich schon ja, keine Angst. Moment, wir können, warte, ich habe sie von links nach rechts, ich habe sie von da nach da. Das heißt, hier sind die Eier. Das heißt, ich kann hier rausgehen, oder? Oh Gott, der Moment. Man braucht nicht viel. Ich hätte gedacht schon, dass man so ein Millionenunternehmen sein muss. In Deutschland sind es 50k. Das Grundkapital muss 50k wert sein. Okay, bin ich raus. Glaube ich, keine Ahnung. Ist man irgendwann gezwungen, das zu machen? Nee, oder? Apple hätte auch von Anfang an sagen können, nee, wir gehen nicht an die Börse. Oder? Hätten sie machen können. Okay, das habe ich gerade falsch gemacht hier. Bam. Man ist nicht gezwungen, ab einer bestimmten Größe das zu machen, oder? Ich meine, man ist nie gezwungen. Ich finde, der Charakter geht ein bisschen zu weit nach hinten gelehnt. Findet ihr nicht auch? Die Charakteren Pokémon gehen immer so ein bisschen zu selbstsicher nach hinten gelehnt. Dankeschön, Mariko, für 50 Bits. Ich habe da was verloren. Willst du jetzt zu 0,1% Aktien haben von meinem LeosMind, die LeosMind AG. Leucht wie Kid Goku. Die Voraussetzung zur AG-Gründung ist, dass alle Gesellschafter ein gemeinsames Vermögen von 50.000 Euro aufweisen können. Dass alle Gesellschafter ein gemeinsames Vermögen von 50.000 Euro. Das heißt, wenn ich 50.000 Euro habe, kann ich einfach mit meinem Unternehmen das nicht, wobei ich habe über fünf Jahre, glaube ich, schon 50.000 verdient inzwischen. Aber mit dem Kanal hier. Aber das heißt, es geht noch nicht mal darum, wie viel das Unternehmen wert ist, sondern einer oder alle insgesamt müssen mindestens 50.000 haben? Wie? Ich will es auch gar nicht verstehen. Ich bin nicht. Ich meine, gibt es irgendeinen Streamer, der eine AG gegründet hat? Ninja. Ihr könnt jetzt Ninja-Teile kaufen. Ja, dann kannst du mit 50 Firmenvermögen. Es gibt auch AGs ohne Börse? Hä? Ich dachte, das ist die Definition davon. Schaut, ich habe keine Ahnung. Ich bin nur CEO. Ich lasse machen. Der Wert wird ja auch mehr oder weniger durch Angebote definiert bzw. mit wieviel an Anteil gehandelt wird. Das vergleichst du mit Kid Goku? Du erhältst 51% und den Rest kannst du anbieten? Ja. Aber ich kann dir auch 100% behalten. Einfach nur um Leo's Mind AG zu sagen, weil es cool ist. Leute, wie heiße ich? A L E O A G. Sehr gut. Geht schon los. Bindend. Hallo Sörensen. Gerade das YouTube Video durchgesuchtet und jetzt geht es hier direkt live weiter. Super Timing. Dankeschön für das Anschauen. Redest du vom Pokerus Video? Ich hoffe es hat dich unterhalten. Und informiert. Ok. Schöpfle. V. V. Bitch. And I said beeeeee. Hallo, könnt ihr mich mal spielen lassen? Mariko. Man kann's erkennen. Man erkennt's. Man erkennt's. Guck, guck, guck. 1000 Bits. Man hat es erkannt. Dankeschön fürs Stummschalten. Du doofi. Der war nicht nur weiß, man hat deinen Namen erkannt. Du hast den Watt angeschaut. Bist du des Wahnsinns? Du redest von Leos Archiv. Dankeschön dafür. Krass. Ich meine, ich bin überrascht, wie viele Leute. Ich meine, es ist nicht viel, viel. Aber vor allem, ich habe nie drauf geklickt, um zu schauen, wie viele Leute tatsächlich den Watt durchschauen. Wahrscheinlich erst recht nicht viele. Aber im Schnitt kriegt ein Watt zumindest 2000 Klicks. Äh, 200 Klicks. 2000. Äh, 200 Klicks. Das heißt, 200 Leute von euch sagen sich, guck ich, klicke ich mal auf den Watt. Auf den 5-stündigen Watt, den Leo hochgeladen hat von seinem Stream, den ich verpasst habe. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, es ist die ganze Zeit so bei 0, 1, 5 Views oder sowas. Ich schaue alle Watt auf Twitch. Vielen Dank, vielen Dank. Also es ist einfach nur, ich habe ja den Kanal nur als Archiv wirklich. Für mich, dass ich immer wenn ich irgendwann mal Gameplay brauche, kann ich darauf zurückgreifen und muss nicht alles irgendwie auf meinem System speichern hier. Und ihr könnt es dort, finde ich, einfacher anschauen. Mehr habe ich davon nicht, weil der Kanal ist ja jetzt nicht monetarisiert. Und ich glaube, ich kann den Kanal auch nicht monetarisieren. Selbst wenn ich irgendwann die Zahlen dafür hätte. Weil, äh, jeder Watt wird demonetarisiert. Wegen der Musik, wegen dem Spiel, was nicht alles. Ich glaube, die meisten Archivkanäle sind einfach gar nicht monetarisiert. Du bist halt stimmlich sehr angenehm von nebenher. tanke schön. Hahahaha. Hahahaha. Hehehehe. Kalsmams, bitch. Bitch, bitch. Bitch, 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 she's a stupid bitch. Karls Name's a bitch and he's a stupid bitch. Danke. Sörenzen, Dankeschön für deinen ersten Sub hier. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Kein goldener Train. Ich glaube, der goldene Train kann nicht einfach getriggert werden. Ich weiß nicht, was passiert, ich muss mal nachforschen, was den triggert. Lady, du bist dein Frr-Rubbel. Gefällt mir auf Deutsch viel besser. Kals Mams, was Schlampe sagen sie dann, oder was sagen die dann? Kals Mams, Kals Mutter ist doof. Nee, Uncle Fucker, das kenne ich nur auf Deutsch. Halt dein, halt dein dummes Maul, Onkel Ficker. Alter Schwanz, so schadens Ficker, Onkel Ficker. Schlimm, schlimm, schlimm. Trunks, Dankeschön für 100 Bits. Stimmt das Daily Sub Goal? Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber auch den Hauptkanal schaue ich eigentlich immer. Dein Pomme-Glitch-Video hat mich damals zum Abonnieren gebracht. Das ist krass, wie dieses Pomme-Glitch-Video durch die Decke ging, obwohl es nur ein Glitch ist. Und andere Videos, bei denen ich denke, dass sie durch die Decke gehen, gehen überhaupt nicht durch die Decke. Aber eine kleine, kleine, aufwendige, lange Erklärung von einem Glitch von vor 20 Jahren geht auf einmal, verbreitet sich auf einmal. Viele haben das schon gesagt, dass sie mich dadurch entdeckt haben, was ich nicht verstehen kann. Aber ist cool. Kappa ist hier nicht gebannt. Warum kommst du auf die Idee, dass es hier gebannt ist? Hast du keine getrennte Tonspur auf Spotify? Doch, 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 doch. Aber wenn ich zum Beispiel Gen 5 spiele, Origin Dex Gen 5, und ich habe hier einfach dann Spielsound an. YouTube erkennt die Musik von Gen 5 im Spiel und sagt, äh, Copyright. Das ist voll seltsam. Hätte ich echt nicht gedacht, weil es ist einfach Gen 5 Musik im Spiel. Vielleicht ist das echt Gen 5 exklusiv, weil ich benutze ja auch dauernd Gen 3 und Gen 8 und Gen 9 Musik in meinen Videos. Aber irgendwie kriege ich dauernd auf jedes Wort von Gen 5, kriege ich so 5 Copyright Claims. Und das sind dann so all diese Lieder, die in Gen 5 halt im Spiel gespielt werden, abgespielt werden. Ich glaube, ich habe alle, oder? Yes, Manafi Check. Nummer 53, nicht shiny. Nummer 54, nicht shiny. Nummer 55, nicht shiny. Nummer 56, nicht shiny. Buh. Ich muss genau den Frame erwischen, damit das Spiel besonders grün ist. Ist das nicht weird? Keine Ahnung. Es war halt einfach super aufgearbeitet, die einzelnen Schritte waren perfekt erklärt und dadurch, dass ich sowieso noch ein Smaragd rumoxidieren hatte, war ich richtig motiviert, das Game nochmal komplett durchzuzocken. Geil. Ja, und ich bin fasziniert davon, also du warst anscheinend nicht die einzige Person, der es so ging. Und es hat mich geflasht, weil es ist halt Smaragd. Klar, Smaragd ist einer der beliebtesten Spiele. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass die deutsche Pokémon-Community auf ein Video klickt, das heißt Pomeglitch. Beziehungsweise es hieß ja, ähm, die... So fangt ihr heute noch ein Deoxys, oder so. Aber ich glaube, allgemein in der Retro-Pokémon-Community ist der Pomeglitch bekannt gewesen. Es gab keine deutschen Videos dazu, die ausführlich waren. Und dann haben sich die Leute gedacht, endlich mal kann ich das verstehen. Und haben vielleicht deswegen... Ich hab keine Ahnung. Dann hat sich das verbreitet, weil Leute gesagt haben, hey, hast du das gesehen? Probier doch das mal. Das wolltest du auch immer schon mal machen, oder so. Ich find's doch faszinierend, dass manchmal sind es Videos, die du nicht erwartest, die dann auf einmal in Anführungsstrichen mehr abgehen als andere Videos. Wie ist der Bildschirm? Eigentlich sieht das hier besser aus. Warum sieht das gerade so? Jetzt so. So ist besser. Was ist das da im Touchscreen? Meine Finger? Was meinst du? Im Touchscreen? Achso, das ist das andere Spiel. Ich kann auch so machen, wenn mir das besser gefällt. Gefällt dir das besser? Nein, nicht kratzen. Jetzt komm ich durcheinander. Oh, Gott. Nein, nicht kratzen. Nein, nicht kratzen. Ihr habt es ja von vielen Glitches schon gehört, aber erst durch dich und deine Videos habe ich mich selbst getraut die Glitches auch selbst zu machen. Ich meine, die meisten machen ja das Spiel nicht kaputt. Das Gefährlichste, was ich bisher gemacht habe, war eben der Void-Glitch. Und auch der, wenn man nicht so wie ich eigenständig handelt auf einmal, ist er ja auch nicht gefährlich. Aber wenn man auf die Idee kommt, das Spiel besser zu verstehen, als ein Tutorial und dann sagt, ich könnte eigentlich hier speichern, dann habe ich es einfacher. Ja, ne, dumme Idee. So sieht der zweite Bildschirm aus, wenn man im Team auf Bericht geht. Heute ist Freitag. Wochenende. Scheiße Arbeit. Wochenende. Saufen. Geil. Wochenende. Macht ihr irgendwas geiles? Shiny hunten. Im Tiergarten gehen. Saufen. Arbeiten. Was macht ihr? Ich wollte heute eigentlich nur auf 60 kommen. Das heißt, wir könnten sagen, dass jetzt, ich mache noch vier und dann ist alles okay. Es ist schließlich Wochenende. Saufen. Geil. Und ich muss noch mein Butter Chicken heute kochen. Schon wieder. Wir haben gewisse Gerichte und die wiederholen sich wöchentlich. Wir gehen einmal die Woche einkaufen und ich soll die ganze Zeit das machen. Und ich sage, was soll ich kaufen, dass wir kochen, was soll ich kochen? Und dann sagt Rosa immer Butter Chicken. Das Beste, was ich kann. Haha. Und irgendwann mache ich es mal für euch alle. Nicht in einer riesigen Kantine. Nein. Ich habe keine Limetten. Ja. Ich muss, also ich brauche Zitronensaft. Dann wird es halt diesmal nicht so zitronig. Kristall spielen für die Celebi Hand und mir alle Vivillons holen. Wo willst du dir alle Vivillons holen? In sechs? Butter Chicken auch lecker mit seiner Soße. Mit meiner Soße. Ja. Fantreffen organisieren. Aber dann müssen wir so viele Hühnchen töten, damit ihr alle mein Butter Chicken probieren könnt. Butter Chicken auch lecker mit seiner Soße. Butter Chicken auch lecker mit seiner Soße. Butter Chicken auch lecker mit seiner Soße. Die sterben doch eh. Gemein. Wild Glitz und eigenständiges Handeln haben mich einen sechsstündigen Spielstand gekostet. Jupp. 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 Ich würde da einfach den Leuten faden. Nicht mir. Aber ich habe ja auch in meinem Video einfach nur Leuten vertraut, die sich selbst erkoren haben, den Gen 4 auseinander zu nehmen. Und die wissen schon Bescheid, wann man am besten speichern sollte und wann nicht. Ich wünsche mir nun manchmal bei diesen Videos eben, und das versuche ich in meinen Videos zu machen, in meinen Tutorials. Außer ich weiß es halt einfach nicht oder kann es nicht rausfinden. Und erklären, warum man etwas macht. Weil wenn man versteht, warum man etwas macht, kann man es besser merken oder es besser nachvollziehen. Und wenn ein Problem auftritt, besser verstehen, wie man es vielleicht lösen kann. Aber die meisten Tutorials von sowas Komplexem sind einfach nur, mach exakt das. Problem ist, nicht jeder Mensch ist gleich. Und dann machst du irgendwas anders, weil es bei deinem Spiel vielleicht einfach anders ist gerade. Und dann bist du so, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier machen darf. Im Video heißt es, mach das einfach, aber bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich andere Pokémon gefangen habe. Was mache ich denn jetzt? Dann hilft es halt super oft, wenn man allgemein erklärt, warum man etwas macht, um nachzuvollziehen. Ah, das heißt, ich kann es mit einem Bidisa auch machen und ich muss es nicht mit einem Starrelili machen. Verstanden. Aber so viele Tutorials gehen einfach nur strikt runter und erklären null. Deswegen sind meine vielleicht so lang immer. Weil ich es finde wichtiger, dass man mitdenkt und es versteht. Und auch interessanter. Es ist doch viel interessanter zu verstehen, warum etwas so ist. Aber beim Voidglitch habe ich keine Ahnung, warum Sachen so sind. Weil ich habe auch kein Tutorial gefunden, was irgendwie Sachen erklärt. Man könnte jetzt Discords durchkämmen, wo die Leute das tatsächlich alles rausgefunden haben und dann archiviert haben. Aber poch. Dachte ganz cool, zwei Orden reichen. Ich habe... Wie, du hast den Voidglitch gemacht? Mit nur zwei Orden? Hä? Ich habe gar keine gehabt, glaube ich. Du musst doch nur in der Stadt angekommen sein. Du brauchst doch sonst keine Orden. Das Schwerste ist echt, die Pokémon zu fangen. Dankeschön, Blue Cookie. Dankeschön für 43 Monate. Alter, wenn ein Level 2 Bidisa aus einem Pokéball ausbricht, kann ich dich nicht mehr als Gott ansehen. Oder vielleicht eher noch als Gott ansehen? Weil selbst ein Level 2 Bidisa bleibt nicht im Pokéball drin. Jedes Pokémon auf Level 2 sollte zu 100% im Pokéball drin bleiben. Selbst vor allem, wenn man es schon beschädigt hat. Oh mein Gott. Bestädigt. Das Objekt Bidisa beschädigt. 40 Arceus noch Soft Resetten. Ah, sind ja nur 80 Minuten. Gott beduf. Selbst Gott hat nicht die Rechtfertigung, auf Level 2 nicht im Ball drin zu bleiben. Doch, Arceus schon. Aber dieses Bidisa muss doch 80% oder sowas haben, dass es drin bleibt. Wobei stimmt, Level haben keinen... Level haben halt damals keine Auswirkungen gehabt auf die Catchrate. Deswegen Level 100 Bidisa bleibt genauso gut oder schlecht drin wie in Level 2. Ich sollte es halt eigentlich wirklich beschädigen, bis es im gelben Bereich ist. Aber aua. Ja, Level hat keine Aussage. Trotzdem, das fühlt sich einfach so blöd an, wenn... Ich bin geflüchtet. Fühlt sich einfach so doof an, wenn ein mickriges Bidisa aus dem Ball ausschlüpft. Zählen die Manafis zu deinen 100.000 Eiern? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, oder? Zählen. Natürlich zählen die. Wobei... Nee. Würde alles durcheinander bringen. Weil alle Eier, die ich für die 100.000 Eier ausbrüte, haben 1 zu 512. Ja, unterschiedliche Raten. Wenn ich die jetzt damit reinrechne, auch wenn es eine Pupszahl ist im Vergleich zu den anderen. Es bringt halt einfach die Odds durcheinander. Und ich mache das Video, um zu zeigen, dass du hast eine bestimmte Oddszahl. Und genau bei der bleibt es auch. Und wenn ich da jetzt 1 zu 8.000 reinbringe, dann bringt das halt alles durcheinander. Auf die Masse gesehen ist es egal, aber wir müssen da genau bleiben. Mach da einen Kratzer mehr rein. Ja, siehst du, was passiert, wenn ich einen Kratzer mehr mache? Dann kann der andere auch einen Kratzer mehr machen. Mann, 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 Mann. Wir müssen jetzt noch 3 Shinies verlosen. Macht schon mal Ausrufezeichen Daily. Bleibt hier. Ich vergive away gleich 3 Shinies von meinen doppelten Shinies. Ey, die gehen langsam echt ein bisschen schnell weg. Bald habe ich keine mehr. Also ich habe noch ein paar, aber ich würde sagen, bald gibt es keine mehr, die jemand will. Einmal Daily reicht, ist der gleiche Link. Guckt, sucht euch was aus. Ah, ich muss noch 2 fangen. Und dann 4 ausbrüten. Eine Statistik ist nur zu 100% korrekt, wenn du es unendlich mal machst, das ist richtig. Aber 100.000 reicht definitiv für eine gute Statistik. Es gibt medizinische, wie sagt man, Studien, die Sachen mit 1000 Leuten nur testen. Oder 100 sogar. Wobei, die würde man dann wahrscheinlich nicht als Guts ansehen. Ich glaube, 100.000 ist eine gute Zahl, um zu sagen, das ist eine gute Statistik. Hallo, Mauri. Hallo, Mauri. Sie wollen nicht drinbleiben. Welche Shiny suche ich mir heute aus? Nix, weil es bleibt nicht drin, dieses Ding. Alter. Ain't nobody got time for that. Hat man das eigentlich beim Gen 3 Video verstanden? Ich dachte mir so, das verstehen vielleicht Leute nicht. Äh, beim Gen 4 Video. Beim Gen 4 Video habe ich zweimal in dieser kompletten Stunde auf den KP-Balken gesoomt. Und während der runtergegangen ist, die Meme eingefügt, ain't nobody got time for that. Warum habe ich es gerade gefangen? Nein. Was ist hier los? Ich halte mich jetzt. Of course. Okay. Weil der Witz an Platin ist, dass der Ladebalken so unglaublich lange braucht. Okay, okay. Ihr habt es verstanden. Der Witz kam sogar bei Mariko durch. Okay, okay, gut, 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 gut. Das hat man verstanden. Okay, gut, 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 gut. Okay, okay, gut, 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 gut. Der Balken ist auch Meme, genau. Es kann sein, dass junge Menschen diesen Meme gar nicht mehr kennen von der Frau, die... Was war das? Ich glaube, da ist ein Haus... Ihr Haus ist, glaube ich, abgebrannt. Ihr Haus ist, glaube ich, abgebrannt. Und sie erzählt es irgendwie einem Reporter, dass sie keine Zeit mehr hatte, irgendwas rauszuholen aus dem Haus. Ain't nobody got time for that. Und dann wurde das direkt... Machen die? Die machen eigentlich noch Zeug, ne? Aber es ist nicht mehr so populär. Die Songify, oder wie hieß dieser Kanal, der alles zu Songs macht? Der war damals echt beliebt und ständig. Einmal im Monat kam irgendein geiles Video, wo die irgendwelche gerade aktuellen Sachen genommen haben und zu einem Song gemacht haben. Wie hieß die nochmal? Songify? Nee. In der Basiskart-Version von BDSP ist der KP-Balken, dafür Speed of Light. Ja, das ist auch gut. Es ist seit Gen 6, das ist, glaube ich, so, dass... Oder, nee, in Gen 5 ist es jetzt auch schon so, merke ich. Wenn etwas stirbt, dann ist es sofort weg. War das jetzt 5? Nein. Hier, Caro, Dankeschön für... 2 Monate Sub. Dankeschön. Mann, dauert das lang. Wir haben heute weniger als 30 geschafft, weil wir haben bei 32 angefangen, oder? Ich sehe nichts. Achso, ja, auf 1.0 war... War der Park... War der noch schnell, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, das war ein Bug, dass der Balken so krass schnell leer ging. Stimmt, eigentlich hätten sie dem... Die sind diesem... Die sind im Remake, dem Original, so treu geblieben. Die hätten auch den KP-Balken lassen können. Zum Glück nicht. Ein bisschen... Quality of Life haben sie ja gemacht. Ja, deshalb... Was ist das hier... Und... Was ist das, was wirkte? So, jetzt müssen wir von rechts nach links übertragen. Hallo? Hallo? Ich muss noch etwas erledigen. Was? Ich habe nicht Nein gesagt. Er hat nicht mit mir geredet, der Leo. Drecksack. Hallo, stopp. Hallo? Ich habe übrigens immer noch den DNS-Server für schwarz-weiß drin. Hä? Vielleicht muss ich... Ich meine, es ging ja schon die ganze Zeit. Das kann nicht sein, dass das der Grund ist. Aber vielleicht muss ich... Oh mein Gott. Vielleicht muss ich deswegen mit dem DS anfangen zu sprechen, der nicht den DNS-Glitch hat. Tatsächlich! Beim großen habe ich den DNS-Glitch an, also den DNS-Server eingestellt für die mystischen. Wenn ich da anspreche, geht es nicht. Aber wenn ich mit dem hier... Aber es ist doch sowieso lokal. Das war gerade seltsam. Okay, wir müssen von... Anscheinend von rechts nach links. Ja, von rechts nach links. Von oben nach unten. Mein CLB kam beim 61. Encounter. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gefällt mir. Wir hatten hier jemanden... Ich weiß nicht mehr, wer es war. Wer war es? Bist du da? Irgendjemand hat vor Monaten CLB resettet und es ging auch unfassbar weit. Über 20.000 oder sowas. Ich habe kein Menü aufgehabt. Ich habe kein Menü aufgehabt. Ich habe kein Menü aufgehabt. Das hätte ich gesehen. Wie viele Resets hattest du bei Entei? Ich bin da bei exakt der Hälfte. Bei 44096. Und da habe ich erst mal aufgehört gerade. Ich bin genau auf die Hälfte gegangen. Also ich bin bei den halben Odds. Bei Deoxys bin ich jetzt wieder so bei 2500. Moment, das können wir anschauen. Also hier ist Entei. Hier ist Deoxys. Bin ich bei 2124. Nach dem Fail. Und bei Entei bin ich bei 4096. Genau. Würde ich auch. Bei 4096 muss man ein Päuschen machen. Ein Reset dauert 4 Minuten. Aber. Das bedeutet auch, dass ein Reset. Ein Entei heißt eine Minute dann. Was dann einiges besser ist als ein Entei 4 Minuten. Dauert noch ein bisschen. Ich muss jetzt noch die Eier ausbrüten. Äh. Äh. Hier sind wir. So. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr. Ich habe wieder vergessen in welche Richtung. Aber ich bin mir sicher. Ich habe auf dem das Spiel durchgespielt. Das heißt die Spiele müssen. Die Spiele müssen hier hin. Ja. Ja. Hier gibt es aber nicht so eine schnellere Methode zu tauschen. Wie Infrarot oder so. Ich muss den Konix Club machen. Der Shop ist langsam. Schon. Schon so ein G-Stock. Hier alt. Der DS mit dem Tauschen. Was glaubt ihr welcher Avenger ich wäre? Alle haben gesagt sofort. Hawkeye. Hawkeye ist der langweiligste von allen. Ich will nicht Hawkeye sein. Ich habe gerade ein Deoxys gefailt. Ich bin überhaupt nicht Hawkeye. Ich sehe überhaupt nicht gut. Ich sehe ein gelbes Deoxys vor mir und ich drücke auf den Knopf. Spider-Man ist ein Kind. Ich will Deadpool sein. Halbtot. Aber der ist nicht wirklich Avenger. Da bin ich lieber Ant-Man. Aber ich hasse Insekten. The Wasp? Nein. Widerlich. Captain Ireland? Nein. Black Widow? Ja. Noch am ehesten. Hawkeye zu beleidigen. Aber Hawkeye kann nichts. Der ist einfach nur... Puff, puff, puff. Der ist wie Katniss. Welcher Shiny-Hunter-Avenger wäre ich? Thor, Leute. Warum sagt keiner, dass ich Thor bin? Vor gemein. Du bist generischer Nebendarsteller Nummer 2543. Du bist generischer Nebendarsteller Nummer 2543. Autsch. Das tat mehr weh als das Deoxys. Beast von X-Men? Is das der Blaue? Ist das der Blaue? Der da, da bin ich. Haarig. Squirrel Girl? Wer ist denn Squirrel Girl? Star-Lord? Der ist zu cool. So cool bin ich nicht. Warte. Warte. Also die Eier sind... Hier drauf. Nee. Doch. Ich bin verwirrt. Ja, die Eier sind... Warte. Sicher gehen. Die Eier sind... Hä? Nein. Hier sind die Eier drauf. Genau. Hier. Was ist so verwirrend, beide Bildschirme zu sehen und bei beiden bewegt es sich. Warum bewegt es sich bei beiden? Nein. Hier sind die Eier drauf. Also ich resette dich. Ich bin verletzt. Und... Hier... Kann ich so machen. Das mache ich erst, wenn ich überprüft habe, dass hier auch wirklich die Eier drauf sind. Hier sind die Eier. Okay. Es hat letztes Mal schon jemand gesagt, Sirensen. Warum sagt ihr das? Nenn dich Leos A und Leos B. Cool. Dann habe ich einen Shiny Manafi mit der OT Leos B. Niemals. Wie kacke ist das denn? Außerdem bringt mir das auch nichts. Weil ich muss trotzdem immer wissen, wo was ist. Es ist immer woanders. Wobei ich könnte mich immer so nennen, wie da wo ich weiß, dass ich gerade... Aber es ist ja Quatsch, weil es ändert sich ja. Egal. Nein. Das machen wir nicht. Groot würde passen. Grampi und dauernd am zocken. Aber der sagt immer nur Groot. Ich bin Groot. Ich bin Groot. I'm Groot. Warum manchmal Lea als OT? Wo siehst du das denn jetzt? Weil ich immer weibliche Charaktere spiele und die heißen dann Lea. Ich gebe zu, das mit dem generischen Nebensteller war selbst für meine Verhältnisse gemein. Nein. Ich bin gerne Nebendarsteller. Ich bin nicht gerne Hauptdarsteller. Wirklich. Ich bin gerne der mit den schwarzen Haaren, der in der dritten Reihe sitzt und auch nicht mal ein Gesicht gezeichnet bekommen hat. Hat man im Watt in deinem Home gesehen? Stalker. Nach der Sache mit Hawkeye hat er das generische Nebendarsteller verdient. Es gibt es richtiger Hawkeye Lover. Aber ist okay. Ist okay. Blau ist der DS. Stimmt. Mein großer DS ist blau. Jeremy Renner ist ein toller Schauspieler und ich finde es klasse, dass er nach seinem schweren Unfall wieder auf die Beine kam. Keine Ahnung. Er ist ein guter Schauspieler. Ich überlege gerade, wo ich ihn sonst gesehen habe, wo ich ihn mag. Mir fällt nichts ein. Wart der noch mitgespielt, was irgendwie Großes bekannt ist? Mir fällt echt nichts ein. Born? Born? Was ist Born? Born Identity. In Dings. Born. Ihr meint aber nicht Born Identity hier mit Matt Damon oder sowas. Doch. Da schreibt man O-U, Leute. Nicht Born. Der heißt nicht geboren. Born. B-O-U-R-N-E, glaube ich. Born. Vielleicht ohne E am Ende. So weiß ich nicht. Born Identity. Da war der? Okay. Nie geguckt. Nie geguckt. Danke, Herr Lehrer. Bitte. Hier wird Wissen verteilt. Nicht die Augen rausziehen. Die brauchst du zum Shiny handen. Ich hasse jetzt, dass er so underrated ist. Ich würde eher hassen, dass Avengers und was nicht alles den Charakter so langweilig gemacht haben. Ich mein, es gibt ein paar coole Stellen von wegen, ich mein, er war doch mit Black Widow da in dieser Zwiewelt, wo sie dann runter und sowas ist. Der Zwiewelt. Deswegen, er hatte schon coole Momente auch und so. Und er hatte ja auch die Backstory mit seiner, wo er auf der Farm da ist und alles mögliche. Aber er hat keinen, hat er einen eigenen Film, hat er eine Serie gekriegt? Ja, aber das war alles so, es war einfach nicht so interessant. Ich verlaufe mich hier komplett. Ich wäre eher sauer auf Marvel, die ihn so langweilig darstellen. Aber Jeremy Renner ist sehr gut dafür, passt sehr gut dazu. Er hatte eine Nachfolgerin, er hatte eine Serie, wo er seine Nachfolgerin einarbeitet. Okay. Das ganze Superhelden-Ding ist eh jetzt, das wird jetzt wieder Indie. Ne, nicht Indie, aber wie sagt man, das werden viel weniger Filme jetzt, glaube ich, gemacht, weil sie merken, die Zeit ist einfach vorbei, die Zeiten sind vorbei. Die müssen mehr, die müssen weniger machen und bessere machen. Die Leute sind übersättigt. Deadpool wird wahrscheinlich noch ein fetter Erfolg. Aber das ist ja auch nicht auf Masse rausgeballert. Ja, Wolverine, Deadpool wird ein Banger. Also, vielleicht auch nicht, aber wahrscheinlich. Die Zeichen, die Sterne stehen gut. Tödliches Kommando. Kenn ich auch nicht. So schnell ich kann die Story durchrushen oder Kurios-Ei? Mein Kurios-Ei wirst du heute noch kriegen in Shiny, wenn du anfängst. Das kann richtig schnell gehen. Ich meine, du kannst Pech haben. Ich glaube, bei mir war es das dritte Ei. Was trotzdem eine Stunde ist, weil es so unfassbar lange dauert. Aber 1 zu 7 ist halt geschenkt. Mach's halt einfach jetzt. Und dann geh zu Celebi. In einem der Fast & Furious Teile macht er auch mit? Hm. Der Renner. Ich will trotzdem kein Renner sein. Ich will... Ich will... Ich finde Groot ist okay. Ich bin Groot. Ruhig. Gechillt. Er rastet aus. Wenn... Wenn's sein muss. Also täglich. Ich glaube, wir haben alle 4 ausgeschlüpft. In Rekordzeit diesmal. Wir haben... Warte mehr. Ich hab doch gesagt, ich guck alle an. Wir haben... Wir haben... Ein... Manafi. Normal. 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 Nummer 60. That's it. Und somit kann ich dich ausmachen. Ja, aus mit dir. Aus, aus, zu, klapp, bam, Kamera, weg. Und hier noch schnell, keine Ahnung, den Kampf zu Ende machen. Und dann gibt's Giveaway. Schnell, schnell, schnell. Drei Stück, das wird nicht schnell gehen. Ich hab Hunger. Nimm mal das Ei an und reset es danach oder bevor man das Ei bekommt, den Kristall. Eier sind immer, es ist immer festgeschrieben, was in einem Ei ist, wenn du es annimmst. Also natürlich speicherst du und dann nimmst du das Ei an, brütest es aus, schaust, was es ist. Resettest, nimmst das Ei an, brütest es aus, schaust, was es ist. Immer. Ich glaube, es gibt keine Ausnahme, wo du ein Ei, wo du das Ausschlüpfen des Eis resettest. Es ist immer das Bekommen vom Ei. Manaphis vielleicht die Ausnahme, aber da schauen wir ja absichtlich. Also da ist es ja auch so, es sind immer die gleichen Manaphis. Es sind immer die vier gleichen Manaphis. Du willst explizit Pichu haben für Alola Raichu? Das geht. Ja, das geht. Ist es jetzt Zufall, dass es geht oder hast du es genau überprüft, dass es geht? Weil zum Beispiel Gen 6 würde ja nicht gehen. Gen 7 geht aber. Du kannst ein Pichu aus der virtuellen Konsole auf Gen 7 machen, aber nicht auf Gen 6. Aber ja, das geht. Ja, wenn du einen spezifischen Pichu willst, dann könnte es ein bisschen dauern. Aber wie du willst. Das Event Shiny Pichu? Welches Event Shiny Pichu gibt es denn? Stimmt, das geht von Gen 4 auf Bank bringen. Ne, wir reden ja von Gen 2. Er kann von Gen 2 einfach Pokemover benutzen und dann ist es auf der Bank. Und von der Bank kannst du es in Gen 7 reintun. Nix mit Gen 4. Aber ja, du kannst Gen 1 bis 5 auf 7 tun. Aber nix mit Gen 6 und 7 tun. Aber nur Gen 1 und 2 kannst du auf 7 tun. Glaube ich. Ja, sollte. Strubbel oder Pichu geht nicht. So, ich kann hier speichern, ne? Ja, ja, ich kann hier speichern. Hier habe ich die Manafie-Eier. Und hier spielen wir das Spiel weiter und holen dann die Manafie-Eier rüber. Alles gut. Alles stimmt. Okay. Dann starten wir ein Giveaway. Mit einem Knöpple. Hier. Boom. Zack. Ausrufezeichen Giveaway. Macht mit. Wir verlosen wieder drei Shinies aus meinem doppelten Beständen. Und jeder kann mitmachen. Einfach Ausrufezeichen Giveaway. Ihr solltet aber Nintendo Online haben, damit ihr das Pokémon erhalten könnt. Natürlich solltet ihr auch das Spiel haben, wo das Pokémon vorkommt. Denn wir machen das jetzt. Habt jetzt Zeit. Wir machen das nicht wann anders. Ich schreibe nicht eure Adresse auf und dann verabreden wir uns und treffen uns lokal. Jetzt. Und gleich, wenn ich in Home drin bin, drücke ich aufs Knöpple. Hier seht ihr noch das schöne Meganie. Wo ist es? Habt ihr euch alle das Meganie geholt? All die Titanen im Ball. Luxusball. Ich speichere lieber. Ausrufezeichen Daily. Da ist das Bild. Ach, um Zeit zu sparen. Ja, aber ich glaube, Maury will auch ein... 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 Odd Egg Shiny. Mein Odd Egg Shiny ist ein Fluffeluff. Ich hab ein Fluffeluff gekriegt. Ich hätte mir am liebsten Kostilla gewünscht. Aber ich war auch mit Fluffluff zufrieden, weil das hatte ich noch nicht. Im Moment machen 17 Leute mit. 1 zu 17 eure Chance. Beziehungsweise 3 zu 17. Denn wir machen das 3 Mal. Und die erste... Wahrscheinlich ist es Kamesin. Die erste Person, die... ein Shiny aus dem doppelten Beständen gewinnt, ist... Hecaru zockt. Du hast letztes Mal schon gewonnen. Aber so viele machen nicht mit, ne? Deswegen, es kann schon sein, dass ihr öfter gewinnt. Aber glaubt mir, es ist einfach... Keiner hat irgendeinen Vorteil. Es ist einfach das Gleiche. Hecaru... Jeder ist gleich, meine ich. Hecaru, hast du schon was? Hast du dir was ausgesucht? Wie wär's mit diesem Deoxys? Oder diesem Celebi? Nein. Ist da was dabei? Leufeo? Die sind aber alle... weiblich. Wo ist ein Leufeo? Hier. Wir haben... Leu, Lea, Lea, Leo. Alle im Premier Ball, einer im Poké Ball. Welches hättest du gern? Poké Ball, Leo. Premier Ball, Lea. Und Premier Ball, Leo. Tatsächlich ist Timer Ball, glaube ich, am coolsten bei dem. Fällt mir gerade auf, wegen diesem orangenen Ding da oben drauf. Leo Premier Ball. Das hier. Okay. Das ging easy und schnell. Die zweite Person, die sich eins aussuchen darf, ist... Der Retro TV. Was hättest du gern? Was haben wir, was haben wir, was haben wir? Was gibt's? Was gibt's? Endivie. Vegani. Gravaloro. Miauzzi. Nein. Er ist das Flamio. Nosepass. Ui, Knacklion. Ich glaube, das ist sogar von mir. Hyperball, Knacklion. Mehr haben wir nicht. Ich glaube, ich habe nur eins. Ich glaube, ich hatte noch einen Libell drauf. Das war aus Go. Das ist weg. Okay. Auch schnell und einfach. Wir haben als nächstes die dritte Person ist... Alexander. Nein. Äh, vielleicht. Die dritte Person ist... Fieber Artist Mina. Mina, was hattest du gern? Es muss übrigens nicht Kamesin und Popo-Pokémon sein. Ich bin nur hier schon zufällig drin. Mina. Mina. Welches hättest du gern? Ein Moog, Blaum, ein Raupi, ein Tang, Gila, ein Maori, Makuhita, ein Trikephalo, ein Hippopopopopopopopopapapapatas. Nie gewinne ich? Ja, nie. So unfassbar rigged. Voltilam. Das könnte von mir sein, denn ich habe einige Voltilams random gefunden. Das ist hier Voltilam von Lea. Das bin ich, Lea. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass es Lea heißt. Es ist im wunderschönen Heilball. Ich habe auch ein Anfaros, aber das ist von Lido. Ich glaube, das ist das einzige Voltilam, was ich habe. Ich gehe nochmal kurz durch. Ich glaube, das war das einzige. Oh ja, das ist von mir. Hier, keine Voltilams mehr. Okay. Ich suppe ihm Heilball. Oh ja. Sehr gut. Dann ihr drei, bitte startet Karmicin und Popor. Und geht online. Und dann schauen wir mal, wer zuerst reinkommt. Mit dem fahre mal an. Ich hätte mir absolut ein Pokémon ausgesucht, was es nicht in Kapo gibt, damit ich Leo wieder ärgere. Natürlich hättest du das. Eine Pokéfusion. Ey, was wollt ihr immer für Sachen? Merkt ihr nicht, dass es vorbei ist hier? McLovin. Hier ist deine Pokéfusion von 197 und 230. Das klingt Genzweig. Ein Giraffen-Sedra-King nach Tara. Das ist cool, irgendwie. Es ist fast wie ein Furienblitz. Setara. Es ist fast wie ein Furienblitz, so von der Statur her. Ich find's nice. Ich find's nice. Nice. Zwei sehr gute Pokémon. Sehr, sehr cool. Du machst einen, einen Try. Vergiss nicht davor zu speichern. Äh, hier. Online gehen, bitte. Ja, ihr könnt alle drei den Code angeben und die Person, die reinkommt, kommt halt als erstes dran. Der Code ist 69692424. Jetzt trefft ihr euch wahrscheinlich zusammen. Das kann sein, dass ihr euch untereinander trefft. Wir können auch noch Reihenfolge machen. Aber irgendjemand wird mich ja finden. No, es ging schnell. Ich muss mich jetzt nur daran erinnern, wer was war. Äh, Hikaru, du warst... Du warst Leufeo. Ich bin nicht der, der zwei- oder dreimal scheint, die nach Tara Fail zu entwickeln. Das war nicht meine Schuld. Beim ersten Mal war es nicht meine Schuld. Ich kann nicht so fühlen, dass das Spiel in dem Moment zum Tag wechselt. Beim zweiten Mal war es meine Schuld. Es gibt Pokémon X News. Was ist denn Pokémon X? Achso, dein Ding. Es muss an der Cartridge gelegen haben, habe er das Spiel neu runtergeladen und dann Safe State rübergezogen. Der Spielstand scheint problemlos zu funktionieren. Auf der Kartenversion funktioniert jedoch nicht mal der Safe State mit einem zurückgesetzten Spiel. Also muss irgendwas an der Karte kaputt sein. Ja, krass, ne? Kaka. Mensch, Game Freak. Nochmal. Next, 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 next. Haben wir schon jemanden, den wir raiden können eventuell? Gerne, Karu. KPDM. Es wird peinlich, wenn wir die ganze Zeit raiden. Das kann man nicht machen. Retro, du wolltest Knacklion. Aber die dritte Person? Da ist die dritte Person. Sota ist da. Aber die dritte Person? Ah, Mina. Mina ist, wollt ihr lang gewesen? Stimmt schon. Achso. Dafür, dass du als erstes geschrieben hast, bin hier. Bist du als letztes jetzt reingekommen? Hier fehlen noch einige Pokémon. Peinlich, peinlich. Was ist da los, Retro? Was ist da los? Die Pokémon zittern ja nur alle so hinter mir. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Cedra King. Du hast den Richter davor getroffen. Hermione. Dann, noch einmal, bitte, noch einmal. Werde Capro bald neu spielen. Viel Spaß. Mina. Nein, das bin doch ich. Dachtest du, ich bin das nicht, weil ich Lea heiße? Ich heiße Lea. Guck, ich sehe doch aus wie eine Lea. Warum verlässt du mich? Immer werde ich verlassen. Deswegen weiß ich nicht, warum dich die Frage so triggert. Du hast doch ein Lieblings-Pokémon. Ganz einfach. Dich würde es auch triggern, wenn du jeden Tag fünfmal gefragt wirst. Das Gleiche. Und vor allem, ich könnte jedes Mal sagen, Cedra King. Ist aber langweilig. Es wäre langweilig, jedes Mal Cedra King zu sagen. Deswegen sage ich jedes Mal was dummes, damit die Leute, die hier jeden Tag sind und jeden Tag auch hören müssen, wie ich sage, Cedra King, vielleicht ein bisschen mehr Spaß haben. Und wir verarschen einfach irgendjemanden, der uns egal ist, der uns fragt, was denn unser Lieblings-Pokémon ist. Was ist mein Lieblings-Ding? Peter Fox. Das ist ein Jubel... Du hast mir einen Jubelball-Gimmigool gegeben. Ist dir das aufgefallen? Woher... War das eine Verteilung? Warum hast du mir einen Jubelball-Gimmig? Was ist das? Was ist das? Ist das gecheatet? Das wurde mal verteilt. Das kann man sich immer noch holen sogar. Was kann man sich immer noch holen? Hab zwei. Das hättest du mir echt nicht geben müssen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich lasse es wahrscheinlich einfach im Spiel drin. Okay, Party People, das war's. We did it. We did it. Drei weitere Shinies weg. Bald hab ich keine mehr. Dann ist es vorbei. Wollt ihr das? Dann ist es vorbei. Jetzt ist Wochenende. Vielleicht gehe ich das Wochenende online mit Final Fantasy. Muss mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ich hab kein Video. Ich weiß nicht, was ich als nächstes für ein Video machen soll. Shiny Deoxys oder irgendwas muss mal kommen, dass ich darüber ein Video machen kann. Also ob ich nicht für Nachschub sorgen werde. Ich spiele ja kaum Karmesino-Propo. Es kommt kein Nachschub in Shinies. Gehen wir zu leben. Sota der lieben Seele. Ich sag vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns spätestens am Montag wieder mit Gen 5. Und vielleicht aber auch ist mir langweilig am Wochenende. Und wir machen Final Fantasy oder irgendwas anderes. Mal gucken. Bis dann. Tschüss.